Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues Herzlich willkommen zu Deutschlands unlustigstem Star Wars Podcast. Blue Milk Blues Unterhaltungen über Star Wars. Ich heiße Tobi. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und aus aktuellem Anlass kommt diese Folge mal nicht erst Ende Oktober raus, sondern jetzt schon. Denn wir wollen euch nicht ewig warten lassen, wenn wir hier über den Last Jedi Trailer sprechen. Deswegen kommt diese Folge schon jetzt raus. Und Folge 23 wird dann halt ganz normal wieder erst Ende November rauskommen. Ja, zu Gast ist heute jemand, mit dem ich schon mal über Star Wars Last Jedi gesprochen habe. Nämlich über den Teaser Trailer, als der rauskam. Da war ich zu Gast beim Nerdizismus Podcast. Und hier ist Chris von Nerdizismus. Hi Chris, schön, dass du dabei bist. Schön, dass ich da sein darf. Hallo. Hi. Ja, Chris, bevor wir anfangen, willst du noch kurz was zum Nerdizismus Podcast erzählen? Wer seid ihr? Was macht ihr? Worum geht's bei euch? Ja, wie der Name schon sagt, wir sind ein Podcast für Nerds, Geeks und Cosplayer. Und das sind eigentlich auch so die drei Steckenpferde, die wir haben. Also es geht um Nerdkram. Da zählt alles rein. Star Wars, Star Trek, Serien, Games, Comics. Und wir haben auch mit Nerdplay einen eigenen Cosplay Podcast. Und ja, das machen wir jetzt schon seit knapp drei Jahren. Sind da vier Leute. Der Michael, die Anja, der Jörg und ich. Und wenn euch das da weiter interessiert, dann schaut doch mal vorbei. Bei Nerdizismus.de, da geht es nicht nur um Star Wars, aber auch. Und da hatten wir ja, wie gesagt, schon mal das Crossover bei uns. Genau. Wo der Tobi dann bei uns zu Gast war. Und das war auch ein bisschen kontroverser, glaube ich. Ja, ich glaube, es gab ein paar Leute, die sogar gesagt haben, das hat sie jetzt runtergezogen. Ja, allerdings. Dafür sind wir bekannt. Also ich glaube, wenn unser Podcast eins auszeichnet, dann, dass wir so Berufsgrantler sind. Und man schon ziemlich viel in die Waagschale werfen muss, um uns irgendwie gnädig zu stimmen oder uns zu überzeugen, dass wir irgendwas gut finden. Und ganz besonders trifft es natürlich immer auf die Prequels zu. Und das ist eigentlich schon so ein Running Gag bei uns in den Kommentaren, dass wenn wir mal eine Folge rausmachen, bei denen wir nicht auf die Prequels dreschen, dann ist das schon was ganz Besonderes. Deswegen haben wir uns in unserem letzten Podcast ja vorgenommen, dass wir die Prequels nicht erwähnen und da nicht drauf hauen. Und dann ist es aber irgendwie doch passiert. Und dann ist es doch passiert. Aber weil ich dich, glaube ich, gefragt habe, weil ich dich fragen musste, was du davon hältst. Ja, 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 und dann, ja, also das hört es euch einfach an. Aber heute nicht, aber heute hört es sich an, genau, heute nicht. Genau, also das Nerdizismus Folge 39 könnt ihr euch anhören. Richtig, genau. Ja, wir haben uns eigentlich vorgenommen, über den Teaser zu sprechen damals und haben das auch so ab und zu mal getan in dieser Folge, aber sind auch ganz schön abgeschweift, glaube ich. Ja, um das jetzt zu zelebrieren, wollen wir heute über den, den ersten, der erste richtige Trailer eigentlich, jetzt kurz vor Kinostart fast, kam endlich der erste Last Jedi Trailer raus und darüber wollen wir heute reden. Richtig, ähm, vielleicht aber vorher noch, doch noch, ähm, um das Ganze noch in so einen gewissen Rahmen zu setzen, ähm, kannst du ganz kurz erzählen, wie so deine Reaktion auf Force Awakens und auf Rogue One war? Ja, ähm, gerne, schön, dass du fragst. Ähm, Rogue One fand ich spitzenmäßig grandios, sensationell, ähm, es ist wirklich absolut keine Übertreibung, dass ich im Kino Freunden, Tränen hatte, ja, als ich drin saß und absolut begeistert rausgekommen bin. Ich weiß, der Film hat seine Schwächen und so weiter, aber das letzte Drittel war so ziemlich mit das beste Star Wars, das ich ever gesehen habe, ähm, und deswegen rankt in meinem persönlichen Star Wars Film Ranking auch Rogue One in den Top 3. Ja, ich muss mir nochmal Gedanken machen, welcher, aber rankt definitiv in den Top Dreien. Das kann ich von The Force Awakens leider überhaupt nicht sagen. Da bin ich ziemlich ernüchtert aus dem Kino rausgegangen, nicht so sehr wie nach Episode 1, 2 oder 3, ähm, aber, ähm, ja, es war mir einfach zu viel, zu undurchdacht und zu viel recycelt ohne Not. Ja, hey, wir haben einen Todesstern, nur größer, hey, wir haben das, also es war mir, ja, das war so mein Hauptkritikpunkt, ähm, dass mir das einfach alles viel zu wenig, es war einfach 1 zu 1, New Hope und da hatte ich mir mehr erwartet. Hat sich deine Meinung da geändert irgendwie in den 2 Jahren? Nee, überhaupt nicht. Ich kann es dir auch, ich kann es dir auch festmachen an einem Beispiel, ich habe jetzt gerade für Star Trek Discovery einen Netflix-Account mir gemacht und wie ich dann da so durchstöber, ähm, habe ich auch gesehen, ach guck mal, die haben ja, ähm, äh, Force Awakens. Ich habe dann 5 Minuten reingeguckt und habe dann wieder ausgemacht. Das passiert mir aber bei einem der Classic-Filme eigentlich nicht, wenn die in der Glotze laufen, ist das wie so ein James-Bond-Film oder wie ein Bud-Spencer-Film, da bleibe ich eigentlich immer hängen, ja, und das habe mir, und ich habe auch, ähm, The Force Awakens, habe den dreimal im Kino gesehen und, Alter, kam die Blu-Ray, die habe ich halt als Chronistenpflicht, sag ich mal, mir geholt, ja, ich habe dann noch die Deleted-Scenes angeguckt und das war's. Ähm, ja, ich gucke ihn jetzt nochmal unmittelbar vor dem Film. Ich glaube allerdings nicht, dass sich meine Meinung großartig ändern wird. Ähm, ich kann das auch begründen, aber da wollen wir jetzt den, den Dings könnt ihr bei uns in einer der, der Folgen für The Force Awakens nachhören. Ähm, ja, mir ist wichtig, dass wenn wir irgendwo draufhauen, dass wir zumindest immer auch sagen, warum es uns nicht gefällt und nicht einfach nur sagen, finde ich doof. Ja, genau. Alles ein bisschen platt. Genau, ja. Wie, wie sind denn deine Erwartungen jetzt an, an Last Jedi? Naja, aus dieser Warte heraus eigentlich ziemlich gering. Und ich sag's dir auch, bevor wir in den Trailer-Breakdown einsteigen, ich hatte Gänsehaut beim Force Awakens-Trailer, also dieses Chewie via Home war einfach grandios, ja. Ja, diesen, so einen Moment hatte ich hier überhaupt nicht. Also null. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn die Story so ist, wie sie in diesem Trailer geschnitten ist, also dann krieg ich aber auch mittelschweren Kotzkrampf. Nicht, weil die Story so ist, sondern weil mir dann der Trailer alles verraten hat. Und das passiert ja in letzter Zeit immer öfter, dass die Trailer alles verraten. Okay, da unterhalten wir uns gleich drüber. Das ist ein guter Punkt. Und was auch sicher, ja, eine große Frage ist, die jetzt aufgeworfen wird. Und wie viel verrät dieser Trailer schon? Ist der in der chronologischen Reihenfolge? Sind die Szenen tatsächlich so, dass die aufeinander Bezug nehmen? Da habe ich so ein paar Fragen, aber das machen wir jetzt dann gleich. Genau, ich meine, wir hatten uns ja, wenn ich mich recht erinnere, als wir uns damals zum Teaser unterhalten haben, war ja eine deiner Befürchtungen so, man hatte damals dann, glaube ich, schon die Walker wieder gesehen, die auf dieser weißen Fläche da umherstampfen. Dann hat man natürlich irgendwie so Jedi-Training gesehen und dann war so ein bisschen die Befürchtung, oh Mann, jetzt hat Force Awakens gerade A New Hope nacherzählt. Jetzt kriegen wir mit Last Jedi am Schluss eine Neuerzählung von Empire Strikes Back. Das war so ein bisschen deine Befürchtung. Hast du die jetzt auch noch? Nicht mehr so ganz. Nicht, dass ich jetzt positiv gestimmter wäre, aber nicht mehr so ganz. Weil dafür waren dann doch viele Versatzstücke zumindest jetzt in diesem Trailer drin, die man so jetzt nicht irgendwie eins zu eins was zuordnen könnte. Ja, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass natürlich wieder sowas wie die Walker-Geschichte, und das scheint ja auch ein Eisplanet zu sein, also zumindest sieht es so aus, als ob das irgendwie ein Eisplanet wäre, auf dem das stattfindet. Ja, ich... Oh, okay, also zumindest dieses Tier, der sieht so aus, als wäre der voll Eiskristalle. Ja, ja, genau. Also ich wollte jetzt gerade sagen, also ich bilde mir einen, ich hätte irgendwo gehört, das sei eine Salzwüste. Okay, dann ist es vielleicht das Salzwüste. Aber dieser Fuchs da, das sah mir dann doch wieder so Polarfuchsmäßig irgendwie aus. Eben, ja, genau. Oder gut, vielleicht sind es ja auch Salzkristalle. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist das, es ist halt weiß. Ja, genau. Und die Base sieht halt auch so aus wie auf Rot, die Base, ja. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es sich halt in den Ähnlichkeiten aufs Optische beschränkt, weil ja zumindest die Dinge, die uns so angeteasert werden, also dass die Rey von dem Snoke gequält wird und dass ihr irgendwie, dass sie am Ende des Films vielleicht so am Scheideweg steht, ob sie jetzt Kylo Ren folgt oder halt eben nicht. Das sind ja dann Fragen, die es so in Empire Strikes Back halt nicht gab. Das würde ich mir dann aber auch bitte wünschen, dass es dann so ist. Ja. Also um es kurz zu machen, dahingehend habe ich eigentlich weniger Sorgen. Ich glaube, dass optische Elemente sich halt wiederfinden oder ganz sicher wiederfinden oder so. Die übliche Trainingsmontage, bla bla bla, das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Das können wir, glaube ich, ziemlich sicher als gesetzt ansehen. Aber okay, interessant wird eigentlich jetzt für mich, wie kommt denn die Rey zum Snoke oder umgekehrt. Das ist sowas. Also das ist das auch, ich meine, jetzt sind wir schon mittendrin eigentlich. Also ich war, also vielleicht vorneweg, ich bin sehr angetan von diesem Trailer. Ich weiß jetzt nicht, also klar, du hast recht, für mich hat er jetzt auch nicht das ausgelöst, was der Force Awakens Trailer damals ausgelöst hat. Ich meine, wir haben ja, ich glaube, zwei Teaser und einen Trailer bekommen damals, wenn ich mich recht erinnere und das Chewie, we're home oder überhaupt das erste Mal, dass du wieder Stormtrooper siehst, das erste Mal, dass du einen Falken wieder siehst und so. Ich meine, das sind natürlich Momente, die Wahnsinn waren und die auch so irgendwie nicht wiederholbar sind. Auch, dass du jetzt Luke siehst und dass Luke was sagt und so. Ich meine, das ist schon nicht mehr so überraschend oder krass, wie damals so die ersten Bilder von Force Awakens waren. Also mich hat es nicht so emotional berührt, wie das damals. Aber nichtsdestotrotz finde ich es einen super Trailer, der mir richtig, richtig Lust macht jetzt auf diesen Film. Ich war damals, als wir uns auch unterhalten haben, hat man wahrscheinlich so ein bisschen gemerkt, also ich fand diesen ersten Teaser sehr antiklimaktisch. Also klar, diese It's time for the Jedi to end und so, hast du so einen Hammer drin. Aber ansonsten hat mich der gar nicht so berührt. Und mir hat Rian Johnson damals fast so ein bisschen leid getan, als sie das dann da im Rahmen der Celebration Orlando gezeigt haben. Und Rian Johnson war stolz und aufgeregt wie ein kleines Kind. Und dann kommt dieser Trailer, den ich dann eigentlich gar nicht so ansprechend fand. Aber jetzt, also ich bin an Bord, ich fand den Trailer super und ich finde auch nicht, dass er zu viel verraten hat. Also vielleicht gleich eins vorneweg an alle, die jetzt zuhören. Ich habe mich wirklich überhaupt nicht informiert, was irgendwelche Spoiler angeht oder so. Also klar, ich habe es auch in der letzten Folge schon gesagt, man hat natürlich ein bisschen was mitgekriegt mit Planetennamen, Kanto Byte oder Crate. Und man hat so ein bisschen was mitgekriegt, wie manche Charaktere heißen oder so. Aber, sag mal, mein ganzes Wissen bezieht sich eigentlich jetzt ausschließlich auf das, was wir hier in diesem Trailer gesehen haben. Also ich habe mich nicht sonderlich informiert, was jetzt diesen Film... Also soll ich dir auch keine Reddit-Spekulation mitteilen? Ähm, weiß ich nicht. Also, ich würde... Also die lagen beim letzten Mal bei Force Awakens nicht so verkehrt. Dann, dann, äh, dann vielleicht nicht. Oder, oder lass uns einfach mal über das spektakulieren, was wir jetzt so gesehen haben und, und was wir da irgendwie so rein interpretieren würden. Ähm, weswegen ich diesen, diesen Ausholer jetzt gerade gemacht habe, äh, war, weil ich habe befürchtet, dass ich diesen Trailer eigentlich lieber gar nicht anschauen will. Äh, es gab ja... Rian Johnson hatte ja irgendwie gesagt, so schaut euch... Also wer spoilerfrei bleiben will, schaut sich diesen Trailer lieber nicht an. Äh, nur um dann heute früh oder gestern Abend, äh, zu tweeten, ich nehme alles zurück, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Ähm, aber ich, ich war tatsächlich irgendwie so auf den... Natürlich wollte ich ihn mir anschauen und natürlich war immer klar, ich werde ihn mir anschauen. Aber so ein Teil von mir hat gedacht so, mh, vielleicht jetzt die paar Wochen bis Dezember kannst du jetzt auch noch warten. Ähm, und deswegen, ich bin so ein bisschen reingegangen heute früh, als ich ihn angeschaut habe. Hoffentlich verrät er nicht zu viel. Und ich finde, er teasert so ein paar zentrale Fragen und zentrale Konflikte an. Aber ich hatte jetzt das Gefühl, dass er über die Story eigentlich überhaupt nichts verrät. Ähm, was zum Beispiel auffällt, äh, dieser Casino-Planet, Canto Byte, äh, den sie da in Dubrovnik gedreht haben, der kommt ja... Noch gar nicht vor. ...gar nicht vor in diesem Trailer. Dann der, der, die Rose, diese Mechanikerin, äh, mit der Finn ja anscheinend irgendwie ein Abenteuer erlebt, äh, die kommt auch überhaupt nicht vor. Und, also, ich hab jetzt das Gefühl, der Film, der ja auch, glaub ich, 150 Minuten lang sein soll, äh, dass wir im Grunde nach diesem Trailer relativ wenig wissen, was uns da storymäßig oder so plotpointmäßig irgendwie erwarten wird. Und, fand ich sehr positiv. Kam dir Chewie auch irgendwie komisch vor? Seine Augen? Ja, danke. Ja, danke. Ja, schon so ein bisschen. Okay, alles klar. Ja, genau das war's. Ja. Ich wollte nur wissen, ob ich nicht der, ob ich der Einzige bin. Nee. Es steckt halt ein anderer drin und man hat's in den Augen gesehen, ne? Ja. Waren die blau sogar, die Augen, oder? Ich hab auf die Augenfarbe jetzt nicht geachtet, aber irgendwie hab ich gesehen, boah, der sieht irgendwie anders aus. Erst hab ich gedacht, ist der aus dem Rechner? Ja, hab ich gedacht, kommt der aus dem Rechner? Ist der CGI? Und, äh, äh, aber, nee, ähm, ja. War, äh, danke, dann bin ich nicht der Einzige, den das irgendwie so vorgab. Also, es ist tatsächlich das Witzige ist, ähm, ich hab, äh, war ja vor ein paar Wochen in den USA und hab da mal, ich glaub, alle zu dem Zeitpunkt existierenden, äh, Last Jedi Hasbro-Figuren gesehen. Mhm. Ähm, die nebenbei bemerkt, äh, wirklich alle super sind, find ich. Ich weiß nicht, ob du dich für, für die Hasbro- und Kennerfiguren irgendwie interessierst. Seit ich zwölf bin, nicht mehr. Okay, ja, das ist bei mir fast genau andersrum. Ähm, äh, ich war sehr, sehr enttäuscht von den Force Awakens-Figuren, äh, die Rogue-One-Figuren sind ein bisschen besser gewesen und, äh, also an alle die, die sich auch für Figuren interessieren, also ich fand, äh, und ihr könnt gerne in Kommentaren mir dazu schreiben, äh, also ich fand, dass die Last Jedi-Figuren durch die Bank ziemlich gut ausschauen alle und also wirklich ein gewaltiger Schritt nach vorne wieder in Sachen Qualität. Aber, um jetzt auf Chewie zurückzukommen, die Figur von Chewie hatte auch ganz komische Augen. Äh, also das war bei der Spielzeugfigur schon so, dass die so, so komisch hingemalte Augen hat, was irgendwie, vielleicht waren die da auch sogar blau bei der Figur, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber, also, das war bei der Figur schon so und war jetzt tatsächlich in dem Trailer auch wieder. Also, ich hab grad ein GIF gefunden, während wir sprechen, wo genau diese Szene mit diesem, wie heißt dieser komische Pinguin? Äh, Porg. Porg, ähm, wo das da läuft. Also, ja, die, die Augen sind irgendwie... Ja, ja. Es ist, äh, ja, ich kann jetzt, wir müssen jetzt mal so ein anderes Chewie-Bild mal direkt nebeneinander halten oder die Mundpartie oder irgendwas, irgendwas stört mich da dran. Das ist, aber bin ich ja froh, dass ich nicht der Einzige bin, dem das so ging, ja. Schau mal, schau mal mal, wie es in diesem Film so ist. Genau, schau mal, wie das dann, vielleicht ist das auch noch nicht hundertprozentig fertig bearbeitet oder so, das hat man ja auch manchmal. Weißt du, dass dann sowas über die Augen noch ein Effekt drüber kommt oder so, der jetzt hier noch nicht berücksichtigt wurde, ähm, das kann ja manchmal sein. Glaubst du denn, glaubst du denn, dass, also, glaubst du, dass es bewusst falsche Fährten gelegt werden? Also, dass, äh, der Kylo in seinem Fighter eben nicht diesen Mon Calamari-Grusa zerstört auf dem, äh, Leia ist und dass, äh, die, wo er dann Rey die Hand reicht, so nach dem Motto, join me, dass das nicht so ist. Wobei, ich hab vorhin gesagt, das, das stimmt, da ist ja schon wieder die Parallele zu Empire Strikes Back. Ich hab natürlich völlig vergessen, dass Rey da ja auch Luke die Hand reicht. Gut, stimmt, da hast du natürlich recht. Hab ich natürlich völlig vergessen, ja, natürlich macht er ja das. Ja. Und dann lässt er sich ja fallen. Äh, ja. Ja, stimmt. Dann zieh ich meine Meinung von vorhin zurück und behaupte das Gegenteil. Ja, ja. Nee, ähm, aber das ist eine gute Frage mit diesem, ist das so hingeschnitten, um uns in, in diesem Glauben zu wiegen, äh, dass Kylo da tatsächlich auf das Schiff von Leia schießt, äh, dass Kylo und Rey sich gegenüberstehen und, und sie so ihre Zweifel äußert, ob, also, wenn ich nicht so, dass ich das so interpretiere, dass Luke ihr helfen kann und dann quasi Kylo anbietet, ich kann dir helfen, komm mit mir. Ähm, sind das vielleicht Schnitte, die uns auf falsche Fährte locken? Mhm. Ähm. Ähm, der Kylo jetzt die Wahl hat, das Schiff mit seiner Mutter zu zerstören oder, oder eben nicht. Ähm, wenn das so sein sollte, dann haben wir eine ganz, ganz zentrale Szene hier schon gesehen. Und jetzt ist auf der einen Seite so, wir wissen ja, äh, gut, Carrie Fisher, äh, ist nicht mehr unter uns. Das heißt, also entweder in diesem Film oder Offscreen zwischen diesem und dem nächsten Film, äh, wird Leia vermutlich sterben. Und mir kommt diese Szene, wo, wo Leia halt so bedeutungsschwanger schaut, äh, ist natürlich auch ein bisschen so ein Echo von, äh, auch wieder Empire, wo Luke verletzt unter Bespin hängt und die Leia das irgendwie fühlt. Stimmt, ja, jetzt hast du recht, ja. Äh, und dann der Falke umdreht. Oder vielleicht auch ein Echo dieser Szene jetzt, äh, in Force Awakens, wo sie den Tod von Han Solo spürt. Mhm. Äh, und es kann natürlich sein, dass sie eine Szene gedreht haben mit Leia, wo sie irgendwas spürt und deswegen so nachdenklich bedeutungsschwanger schaut. Jetzt ist es so, natürlich, wenn sie Leia sterben lassen müssen, äh, und sie haben so eine Szene gedreht mit Carrie Fisher, wo sie aus irgendeinem anderen Grund bedeutungsschwanger so schaut, äh, könnte man sowas natürlich hervorragend hernehmen und tatsächlich so den Blick, bevor ihr Schiff explodiert oder so. Äh, ich glaube jetzt aber nicht, dass sie sowas schon in diesen Trailer reintun würden. Also wenn es tatsächlich so wäre, dass das Leia von Kylo Ren in die Luft gejagt wird, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie das in dem Trailer gleich reinbringen. Von daher glaube ich, ist das nicht eine Szene, die zusammengehört. Und das andere ist, wenn man mal, äh, die Figuren anschaut, die im Hintergrund laufen, während Leia da so schaut, die laufen alle eigentlich so ganz gemütlich. rum. Also es wirkt jetzt nicht so, als, als wären die mitten in irgendeinem, äh, Raumgefecht, äh, und, und würden zu ihren Stationen rennen oder so. Also ich, ich glaube fast, dass das eine andere Szene ist. Ich hoffe, dass es eine andere Szene ist, weil es wäre, also das wäre echt ein Knaller, wenn sie das im Grunde genommen vorher machen würden. Ich glaube nicht, dass sie sie offscreen killen. Das glaube ich nicht. Also nicht im, im, im Crawler für Teil 9. Das kann ich mir nicht vorstellen. Fände ich auch schade irgendwie. Eben, genau. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, die Frage ist, riskiert man es und bringt sie digital nochmal wieder, weil man sich sagt, wir schreiben jetzt dann den Plot nicht um. Ja, ähm, das wird mein Mit-Podcaster Michael wieder ins Uncanny Valley fallen lassen, dass er jedes Mal reinfällt. Ich bin da ja nicht so, ne? Ich, ich, ich sehe das und denke mir so, ja, oder jetzt auch bei, bei, ähm, Blade Runner war auch wieder eine komplett CGI-Rückkehrfigur. Ich sage jetzt nicht, wer für den Fall ist und nicht gesehen hat. Ja, stimmt. Also ich fall da nicht so rein. Das interessiert mich nicht und ich gucke natürlich auch bei dem Tarkin genauer hin. Aber ich wäre damit fein. Also jetzt nicht als Hauptfigur, die dann 20 Minuten Screentime hat oder so. Ja. Aber, ähm, um nochmal drei, vier Dinge machen zu lassen und wäre ich damit jetzt eigentlich völlig fein. Ich befürchte aber ehrlich gesagt, dass es, dass es genau so kommen wird. Ich habe jetzt allerdings auch nicht genau nochmal dieses Bild im Hinterkopf, wo sie da, äh, wie die da wirklich dann da sind. Ja, müssen wir mal gucken, ob sie das dann wirklich so gemacht haben. Ja. Ich meine, es gab ja mal eine, wenn ich mich da recht erinnere, gab es da nicht sogar eine, eine Diskussion irgendwie drum, dass, dass der Familie von Carrie Fisher versprochen wurde, sie eben nicht digital auferstehen zu lassen oder war da nicht irgendwie sowas? Ja, ich, 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 ich weiß, dass die, also von Peter Cushing, die haben gesagt, mach, deswegen konnten sie das so machen. Jetzt weiß ich aber gerade nicht mehr, ob ich mich jetzt dahingehend falsch erinnere, dass ich jetzt das in den Kopf habe. Ich meine aber auch, dass du vielleicht gesagt hast oder nicht, dass, oder hast du es sogar im letzten Mal gesagt? Nee, da hat sie ja noch gelebt, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr. Nee, nee, also es ist ja, also wenn, wenn wir tatsächlich im März aufgenommen haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann der Teaser eigentlich rauskam. Naja, stimmt, es wird, war, war zu, zu Celebration Orlando Zeiten, also im April war das doch dann, oder? Ich glaube, es war Mitte April kam, war die, war die Celebration. Sie ist im Dezember gestorben letzten Jahres, also war sie auf jeden Fall schon tot. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass du sogar irgendwie, da hatten wir nämlich, glaube ich, auch schon drüber und ich glaube, da hast du gesagt, nee, nee, die, die Erben haben gesagt, machen wir nicht. Irgendwie so ein Kram. Ja, ja, ich, ich glaube, es war tatsächlich sowas. Ich denke, sie kriegt einen Kill-Off in dem, in dem, in, also andersrum, auch wenn es nicht die Szene war, kriegt sie einen Kill-Off in dem Film. Da würde ich mich festlegen. Würde ich jetzt eigentlich auch fast davon ausgehen, ja. Und ich glaube aber nicht, dass es diese Szene ist, genau. Ja. Was, was, was meinst du mit der anderen, oder was meinst du zur anderen Szene, Rey und Kylo ganz am Ende? Ja, eben. Also, wie gesagt, ich hatte jetzt gerade nicht, ich hatte völlig vergessen, dass ja, als Vader gegen Luke auf Bespin kämpft, dass ja im Grunde genommen da auch genau diese Szene ja eigentlich auch vorkommt. Es wäre ja dann mal ein Twist, wenn sie Ja sagen würde. Ja. Ich bin mir allerdings, und ich glaube, ihre Antwort wird ein bisschen davon abhängen, ob sie dann doch wieder dem aktuellen, oder dem, nein, nicht dem aktuellen, dem Legends-Kanon folgen, indem sie dann halt eben einen Teil dieser Dark-Empire-Geschichten rauskramen. Ja, also, wo Luke sich ja dann doch zeitweise in den dunklen Künsten versucht, ja. Und wenn er praktisch sozusagen unterwegs wäre, so nach dem Motto, been there, done that, ja, und da vielleicht irgendwelche Dinge hat, ich meine, da gab es ja auch diese eine Szene, wo die Rey dann da so in, in so einer Höhle ist. Vielleicht gibt es dann da praktisch das Gleiche wie auf Dagobah mit so einer Höhle. Ach Gott, jetzt, ich revidiere meine Meinung von vorhin völlig zu sagen. Ich seh schon, ja. Es wird der gleiche Film. Ja, es ist schwierig zu sagen. Also, ich fände es dann aber schön, wenn sie Ja sagt. Komm, lass uns mal was anderes machen. Lass uns mal was anderes machen. Ja. Also, ich habe als Kind schon bei Empire Strikes Back gesagt, sag doch Ja! Ja, du, ich, ich, also, meine Meinung dazu ist, also, ich glaube, dass diese Szene am Schluss des Trailers, ob die jetzt auch am Schluss des Filmes passiert oder, oder zur Hälfte oder wie, sei mal dahingestellt. Ich glaube aber, dass das tatsächlich so ist, dass Rey und Kylo wieder aufeinandertreffen, dass sie irgendwie frustriert ist oder dass sie vielleicht von Luke eben nicht ausgebildet wird. Ähm, da sag ich gleich noch was dazu. Und dass sie, aus welchen Gründen auch immer, dann tatsächlich auf die dunkle Seite der Macht wechselt, ähm, da mit Kylo geht, ähm, würde mich, äh, für mich, äh, mit dem einhergehen, dieser Behind-the-Scenes-Trailer, der jetzt auch wieder vor ein paar Monaten rauskam, wo alle drüber reden, wie überraschend dieser Film sein soll und, und wie neue Wege er beschreitet und so. Also, was, wenn diese Überraschung oder der neue Weg tatsächlich der ist, dass die Hauptcharakterin zur dunklen Seite geht, ähm, Rey also tatsächlich sich Kylo und, und Snoke anschließt oder, oder mit Kylo zusammen Snoke umlegt, äh, und, und jetzt der dunklen Seite folgt. Und dann, äh, vielleicht in Episode 9, Finn derjenige ist, der sie irgendwie wieder zurückholt, ähm, dass Finn durch die Macht der Liebe, die Macht der Freundschaft, wie auch immer, äh, Rey, Rey zumindest von der dunklen Seite bewahrt, äh, das würde für mich auch, äh, der Figur von Finn so eine gewisse Bedeutung geben, ähm, weil mir ging's so nach Force Awakens, äh, dass ich mich immer so ein bisschen gefragt hab, so, was, was soll jetzt mit Finn eigentlich sein? Welche Rolle wird der haben? Welche Funktion wird der haben? Und wenn tatsächlich Finn so dann zum Held wird, weil Rey böse ist, äh, und dann es Finn obliegt, Rey zurückzuholen, äh, würde dem Finn natürlich eine, eine ganz zentrale und heroische Rolle geben. Also, das, das sei, das ist jetzt mal so ein Gedanke von mir, dass, das Rey, also tatsächlich Kylo folgt, vielleicht sogar, wer weiß, vielleicht überlebt Luke auch nicht diesen Teil, ja. Ja. Schauen wir mal. Dann, dann wird's aber ein bisschen schwierig. Ja, also, dann wird's, äh, das, also ich glaub ich nicht, dass es da jetzt den, den kompletten alten Cast, also, dass man die ganze, ähm, die ganzen neuen drei Teile nicht überlebt, wie, oh, da bin ich vielleicht sogar bei dir, ja. Ähm, ja, ich, wenn ich schon bei Han Solo so einen lausigen Tod gekriegt hab, dann krieg ich ja vielleicht wenigstens bei Luke mal einen anständigen Heldentod, ja. Ähm, aber, ja, es ist wirklich schwierig. Würde ich zu sagen, ich glaube, also, ich würde es richtig geil finden, wenn sie da mitgeht, ja. Es kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wer jetzt dieser Snoke ist, ob wir das schon komplett erfahren, ob es halt dann doch irgendwie, das Neueste, was ich gehört habe, war, er soll irgendwie ein Machtparasit sein, was auch immer das sein soll, ja. Ähm, dann, äh, dann, äh, dann hast du ja die üblichen Darth Plagueis und, äh, Reborn Emperor und so ein Kram. Ich glaube, es ist irgendwie was komplett anderes. Ich mein, die geilste Theorie ist ja, dass es ja Mace Windu ist. Ähm, was ich dann eigentlich schon wieder geil fände, aber das, das wird nicht sein. Und Finn ist sein Sohn, oder was? Ja. Nein, da bin ich ja der festen Überzeugung, dass der Sohn von Lando Calrissian ist. Meinst du, Lando kommt nochmal zurück? Nein, weil Billy de Williams hat sich so angebiedert, ja, dass er einfach nirgendwo mitmachen darf, außer irgendwie ein paar Sprechrollen für Rebels oder so. Ja, ich, der ist ja jedes Mal schon so richtig ums Tor von den Dreharbeiten rumscherwenzelt. Nehm mich, nehm mich, ja. Will auch mitspielen und, äh, nein. Ja, aber ich gebe dir vollkommen recht, ich habe keine Ahnung, was die eigentlich mit, also Poe und Finn, wenn die nicht bald mal irgendwas zu tun kriegen, dann sind die nicht mehr. Die irgendwie komplett, äh, komplett, also, weißt du, das, was Poe hätte machen können, im letzten Teil, hat Han Solo übernommen. Hm. Ja, oder was die beiden hätten machen können, das haben Chewie und Han übernommen und, äh, ja, gut, er hat, ich glaube, hat man jetzt irgendwelche besonderischen, besonderen Piloten-Skills gebraucht, um diese Starkiller-Base auseinanderzunehmen. Ich kann mich gerade nicht dran erinnern, ich glaube aber nicht. Ich, war jetzt ja nicht so wie bei, ähm, A New Hope, dass man, dass Luke ja im Prinzip so seine rudimentären Machtfähigkeiten benutzt hat, um den Torpedo zu lenken, den 90 Grad. Ja, ja, ja. Ne, ich meine, gut, Poe ist da, hat mir seine, seine Flugkünste auf, auf Takodana gezeigt, da über, bei Maskanata, ne, wo hat er so ein paar TIE-Fighter abknallt. Und Finn schaut bewundernd zu, ähm, dann bei Starkiller-Base, ja gut, da fliegt er mal durch so einen Spalt oder Tor durch, ne, das, das war's dann aber auch wieder. Ähm, ja, also für mich, äh, das wird eine der ganz interessanten Fragen eigentlich dieses Filmes, was machen Finn und Poe? Und, und wird die, deren Story irgendwie auf, auf ansprechende, befriedigende Weise weitererzählt? Er weiß, ich glaube, das Problem ist, ähm, auch mit, mit Käpt'n Plasma, ja, ähm. Fass mal. Ich sag immer Plasma. Ähm, 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 die werden, ich glaube, dass das, das, das Problem ist, die werden durch das Merchandise so gehypt, dass man irgendwie erwartet, die müssen doch wichtig sein und dann werden sie's gar nicht. Fällt mir jetzt gerade ein im Sinne von, ich meine, ein, ein Boba Fett hat in Empire Strikes Back auch nicht viel mehr zu sagen als die, ähm, ähm, Brienne, ja. Und, ähm, der ist aber auch damals nicht so gehypt worden durch das Merchandise. Also, ein Boba Fett ist eigentlich erst so im Nachhinein als cooler Charakter mit eigenem Merchandise versehen worden, so in meiner Erinnerung. Der war halt damals eine Spielfigur wie alle anderen auch und der war halt irgendwie mysteriös und geheimnisvoll irgendwie, aber der wurde jetzt nicht so mördermäßig gehypt, so hab ich's irgendwie wahrgenommen. Aber heute hab ich so im Merchandise das Gefühl, ein Finn, ein Captain Phasma, ähm, Rey und sogar noch ein Darth Vader wird in diesem Merchandise-Sau, die da durchs Dorf getrieben wird, werden die alle mehr oder weniger gleich behandelt. Und dann kommt einem auch so ne Phasma irgendwie extrem wichtig vor und dann bist du eigentlich enttäuscht, wenn die so gar nix zu tun hatte. Im ersten nicht, na gut, jetzt ist halt die Frage, wie kommt's aus diesem Müllschlucker wieder raus, warum überhaupt diese ganze, also das ist auch so ein Punkt, der mir, also in Force Awakens ganz sauer aufgestoßen ist, dieser komplett verschenkte Charakter, ja. Ähm, und anscheinend hat man jetzt ja ein bisschen auf die Fan-Beschwerden gehört und das war, was der Traitor-Stormtrooper praktisch jetzt war, ist, da kann sie jetzt nachholen in dem Einkampf. Also, ich mein, du hast natürlich recht, also das, äh, heutzutage, ähm, das Merchandise läuft natürlich schon lange vor dem eigentlichen Film an. Jetzt hat Phasma ja noch ihren eigenen Roman bekommen, ähm, ein ähnliches Phänomen sind ja die Porgs, also die angesprochenen Halb-Vögel, Halb-Pinguin, Halb-Teddybär, die ja schon, schon jetzt eine große Fangemeinde haben, wo natürlich sein könnte, dass deren Rolle im Film ungefähr so groß ist, wie diese Kuh auf der Anakin reitet in Attack of the Clones. Also, es ist natürlich so, dass manche Sachen irgendwie so gehypt werden, weil sie süß ausschauen, weil sie cool ausschauen und, und dann letztendlich in dem Film irgendwie, äh, nur minimal vorkommen. Ich, ich könnte mir allerdings vorstellen, ich mein, die, man hätte jetzt Phasma ja einfach nicht mehr zurückkommen lassen können, ja. Hätte ja sein können, dass die in diesem Milchschlucker jetzt einfach drauf geht, äh, die Tatsache, dass sie jetzt doch wiederkommt, zeigt mir, dass sich Rian Johnson gedacht hat, okay, dieser, diese Figur ist es wert, weitererzählt zu werden. Und ich, ich setze jetzt wirklich mal so ein bisschen hier auf, auf Rian Johnson, dass er, er weiß, was er tut und er jetzt von J.J. Abrams tatsächlich die Sachen übernimmt und weiterführt, die er weiterführenswert findet. Ähm, und, dass auf diese Weise eben sich von dieser Palette, die er da bekommen hat mit Force Awakens, jetzt halt die entsprechenden Sachen raussucht und das Ganze, ja, hoffentlich auf eine Weise weitererzählt, der so ein bisschen diese Nervosität, die man meiner Meinung nach Force Awakens angemerkt hat, nicht mehr anmerkt. Ja, also insofern, ja, schauen wir mal, fass mal, wie es, wie es da weitergeht und auch wie jetzt die Figur von Poe, der ja auch, äh, mal in irgendwelchen frühen Drehbuchentwürfen eigentlich gar nicht so eine große Rolle hatte und gar nicht überleben sollte. Ähm, und, ja, die Hoffnung ist, dass jetzt diese Figuren alle irgendwie sinnvoll und adäquat weitererzählt werden. Ist es denn, hast du denn diesen Plast, äh, Captain Fassmer Roman gelesen? Oder gibt's den schon? Keine Ahnung. Den gibt's schon, äh, ich hab ihn aber noch nicht gelesen und, ähm, weiß im Moment auch gar nicht, wie er sein soll. Okay. Ähm, also da schaut einfach mal auf, auf Jedi Bibliothek vorbei oder, oder hört euch den Radio Tatooine Buchclub an, äh, ich glaube, da wird in einer der nächsten Folgen über, über Fassmer geredet. Okay. Ich hab letztens ein Hörbuch gehört, ähm, hier, das über Tarkin. Mhm. Ähm, ich glaub, das heißt auch Tarkin. Ja. Müsste ich jetzt krabbel bei Audible gucken. Ähm, das, die gibt's bei Audible nur auf Englisch, äh, das, schade ist, dass das so inszenierte Lesungen sind, das finde ich ziemlich nervig. Mit Sound-Effekt und so. Mit Sound-Effekt und so, oh, das ist, finde ich, total ätzend. Aber gut, wir haben ja nichts anderes, ne, also muss man ja das nehmen, auf Deutsch gibt's die ja nicht. Ich, ich fand den jetzt nicht so pralle. Also, ich hab auch letztens, hab ich mal ein paar Star-Trek-Romane mal so ein bisschen, äh, gehört, die waren auch nicht so der Knaller. Also, das ist wie so das, 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 das Game zum Film. Ja, 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 man, man spielt es, weil es irgendwie halt in der Welt spielt, aber so pralle war das nicht, ja. Also, ich, ich glaub, da, da, ähm, variiert die, die Qualität auch sehr. Also, ich, ich denk, dass es da durchaus einige gibt, die das sehr gut machen. Also, zum Beispiel dieser quasi Force Awakens-Prequel-Roman, Bloodline, wo's um, wo's um Leia geht, der wird ja gemeinhin als, als sehr gelungen angesehen. Okay. Ähm, ja, und dann gibt's sicher auch ein paar, die jetzt, die weniger gelungen mit diesen Charakteren umgehen. Äh, ja, ist auch die Frage, ob jetzt eine Figur wie Fasma genug hergibt, um jetzt einen ganzen Roman zu rechtfertigen. Aber gut, ich mein, das, äh, also, wer es gelesen hat, ähm, kann, kann uns da eines Besseren belehren. Das ist aber halt so ein bisschen das Grundproblem, was ich auch bei, bei diversen Franchises bemängle. Ähm, man muss dann, weißt du, dann wird dir wie bei C3PO so ein roter Arm hingeworfen. Und wenn du dann wissen willst, wo der herkommt, musst du den blöden Comic lesen oder wo auch immer das war, ja. Jetzt auf dem Plakat hat er ja wieder zwei goldene Arme. Und dann denke ich mir so, boah, Freunde, was soll der Scheiß? Das war doch, das ging doch früher auch ohne. Und, also, das sind so, ich verstehe das einfach nicht. Da wäre ich mal gerne Mäuschen in so einem Produktionsstudio, ja. Warum? Also, kannst du mir den roten Arm erklären, außer wenn ich der blöde Buch gelesen habe oder den Roman oder das Comic? Ich weiß es jetzt nicht. Also, genau. Es gibt ja einen Comic, wo das erklärt wird, den, den habe ich nicht gelesen. Ich habe mich auch nicht informiert, warum das so ist. Ich meine, er hat ja tatsächlich... Du machst doch mal einen Star-Wars-Podcast, ne? Ja, man kann ja nicht alles lesen. Man möge es mir verzeihen. Ähm, nee, aber... Ich gehe da, ich weiß ja, was die bei uns in unseren Kommentaren schreiben. Bisher bin ich noch mehr oder weniger ungeschoren davon gekommen. Den, den roten Arm sollen, sollen euch andere erklären. Äh, ich meine, er hat ja zumindest, was wir ja wissen, dass er, also, in Force Awakens am Ende hat er ja schon seinen goldenen Arm wieder, ähm, und... Weiß ich schon gar nicht mehr. Kann sein, ja, weiß ich gar nicht mehr. Okay. Nee, also, ich meine, ich, ich wiederhole mich jetzt auch, äh, mein, mein Ding war ja tatsächlich so, dass mir in, in Force Awakens einfach, äh, zu wenig Exposition irgendwie war. Für mich hat dieses ganze First-Order-Republik-Resistance-Ding nicht so direkt Sinn gemacht. Aber ich will euch damit jetzt gar nicht langweilen, weil das habe ich ja schon x-mal erzählt. Äh, aber auch da glaube ich, dass Last Jedi da jetzt relativ, äh, entspannt damit umgehen kann. Wir kennen jetzt dieses Setup, wenn wir sind jetzt zu diesem Zeitpunkt halt auch in einer Szenerie, wo, wo die, ja, weiß nicht, so nach dem, was wir wissen, ist, ist zumindest das Herz der Neuen Republik irgendwie zerstört. Ähm, also, zumindest können wir davon ausgehen, dass die Galaxie mal wieder in, äh, Turmoil ist. Mhm. Ähm, und wir haben halt die Resistance, die jetzt nicht mehr die Riesenrepublik irgendwie hinter sich hat, äh, sondern halt, ja, wieder so eine kleine Gruppe von Widerstandskämpfern, ähnlich wie die Rebellen damals sind. Und, ja, also, sagen wir mal, viel mehr müssen wir jetzt für Last Jedi auch nicht mehr wissen, um diesen Film genießen zu können. Nö, das, das glaube ich auch nicht. Eine Sache haben wir aber noch vergessen, ähm, glaubst du, dass uns jetzt diese Knights of Ren komplett erklärt werden? Und auch, warum Kylo jetzt Kylo ist und nicht mehr, wie hieß er denn eigentlich vorher? Äh, Ben, Ben Solo. Ben, genau, richtig, Ben Solo, ja. Ähm, bin ich auch mal gespannt, äh, auch, auch das finde ich wieder zum Beispiel eine Sache, die ich sehr, 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 cool finde, dass man da jetzt im Trailer zum Beispiel gar nichts davon mitbekannt, mitbekommt, dass uns also dieser Film in seinen 150 Minuten da wirklich einiges noch erzählen kann, von dem wir jetzt noch gar nichts wissen. Wieso? Und wir sehen das doch. Also, du siehst ja, du siehst ja Luke, wie er vor seiner zerstörten Academy steht. Ja. Ach so, ähm. Das meinte ich, weißt du? Das meintest du, ja. Das ist ja das Gleiche, was wir, das ist ja eine andere, ich glaube, diesen, diesen Einschnitt hatten wir. Da, diesen einen Stellung hatten wir, glaube ich, in der Vision von Rey. Genau, genau. Und, ähm, als, äh, und in dem einen Trailer zu Force Awakens, wo eben er da neben R2 sitzt, aber das Ganze hätte er nicht vorkommt. Genau. Ja, genau. Ähm, ja, also, ich dachte jetzt, du meinst irgendwie, dass wir die Knights of Ren quasi in der Gegenwart dieses Filmes sehen. Ach so, ich glaube, ich glaube, die gibt's gar nicht mehr, glaube ich, ehrlich gesagt. Ich glaube, die gibt's gar nicht mehr, die hat er alle platt gemacht, um der Boss zu sein, der Kylo, denke ich mal. Gute Frage, also, aber vielleicht ist das zum Beispiel so eine, so eine Sache, die irgendwie jetzt dann von Luke erklärt wird oder so. Ähm, also, ich, ich glaube fast, dass diese Szene, die man sieht, äh, wo er da vor dieser brennenden, was auch immer das ist, steht, sitzt, äh, man sieht dann ja auch diese eine Szene, wo diese mechanische Hand so aus dem Getrümmern da hervorkommt. Weiß nicht, ob das zum Beispiel auch Luke ist. Ähm. Wahrscheinlich, ja, ja, ja. Ja, meine Interpretation wäre jetzt auch wieder, dass das im, im Zuge der Begegnung von Luke und Rey irgendwie in, in einem Flashback von Luke erzählt wird, dass Rey zum Beispiel wieder eine, so eine, eine Machtvision hat, äh, in der so ein bisschen aufgearbeitet wird, was ist damals eigentlich passiert. Also, ich glaube, ja, dass da so ein bisschen was vorkommt. Ich glaube, dass das irgendwie in einer Machtvision, ähnlich wie in Force Awakens, wieder geschehen wird, dass aber dieses Mal Luke vielleicht ein bisschen noch was dazu sagt, ähm, wie das jetzt in der Gegenwart ist, ja, gute Frage, ob es die Knights of Ren noch gibt oder, oder eben nicht. Ich meine, ich, was, was ich eben wieder so ganz, ganz cool finde, dass, ich meine, es gibt ja einige neue Figuren, hier den Benicio del Toro DJ oder wie er heißen soll, äh, es gibt Laura Derns Charakter, ähm, und auch da haben wir ja noch überhaupt nichts gesehen jetzt in dem Trailer, was ich auch wieder sehr angenehm fand, also, dass, dass ich jetzt überhaupt nicht das Gefühl habe, dass wir hier schon die ganze Story irgendwie erzählt bekommen. haben. Also, ich, ich finde, wir haben so ein paar Grundkonflikte gesehen, äh, einmal dieser Konflikt, da können wir uns gleich noch drüber unterhalten, äh, Luke, Rey, wird er sie ausbilden, wird er sie nicht ausbilden? Oder was auch immer dann zwischen den beiden passiert. Dann der Konflikt Kylo-Leia, ja, also, falls da jetzt an dieser Szene und dieser Begegnung was dran ist, aber ich denke, in jedem Fall wird es natürlich irgendeinen Kylo-Leia-Konflikt geben in diesem Film. Und dann noch am Schluss dieser Konflikt Kylo und Rey. Das, das sind so drei Sachen. Oder vielleicht noch als, als vierter Rey und Snoke scheinen sich ja zu begegnen. Ja. Also, das sind so ein paar Grundkonstellationen, Grundkonflikte, äh, was ich sehr interessant finde, aber viel mehr wissen wir jetzt eigentlich nicht. Also, ich finde zum Beispiel auch ganz interessant, wenn man sich jetzt mal überlegt, der Film scheint ja unmittelbar an Force Awakens anzuknüpfen. Mhm. Wir sehen in diesem Teaser ja diese eine Szene, wo Rey, Luke das Lichtschwert gibt. Ja. Ähm, das heißt, wir wissen eigentlich, so als, als Grundvoraussetzung dieses Filmes, Rey, Chewie, BB-8 sind am Anfang auf Akto, oder wie es heißt, bei Luke. Wir wissen eigentlich, dass Poe und Finn im Koma auf dieser Resistance-Basis sind, so als Grundausgangssituation dieses Filmes. Aber sonst wissen wir eigentlich nichts, wer dann wo, wie, warum hinkommt. Ähm, und irgendwann gibt's diesen Konflikt in der Salzwüste oder was auch immer das ist. Ähm, also, ich finde, von daher, für mich ist dieser Trailer wirklich sehr, sehr erfolgreich gewesen, weil er mir nicht zu viel verrät und weil er mich sehr neugierig macht auf, auf das, was da kommt. Ich überlege gerade, wenn ich mir die Trailer ins Gedächtnis rufe von Episode 1, 2, 3, ich müsste sie jetzt nochmal gucken, also gefühlt, gefühlt, gefühlte Wahrheit muss ja nicht immer die richtige sein, aber so gefühlt, wenn ich, äh, dann haben die, glaube ich, die Trailer immer relativ viel verraten, oder? Ich glaube, man wusste schon nach dem ersten Trailer, okay, Anakin, Chosen One, bla bla bla, aber vielleicht wusste man's sowieso schon immer. Also, die Story bei den Episode 1, 2, 3 war eigentlich nie so großartig ein Geheimnis im Detail, okay, aber den großen Story-Ark, den kanntest du ja schon immer. Ja, das wäre mal eine interessante, äh, Special-Folge, ähm, sich tatsächlich nochmal diese ganzen Trailer anzuschauen. Ich, ich könnte's dir jetzt gar nicht sagen, also, es gab ja schon auch immer so Teaser-Trailer, die einem nicht viel verraten haben, die irgendwie so ein Gefühl vermittelt haben und so. Genau, ein paar Sound-Effekte, etc., genau, das waren so die, ja. Aber ich frag mich ehrlich gesagt, wurde jetzt, ich frag mich jetzt auch ein bisschen, wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zu dem Teaser letzten März und zu dem Trailer jetzt? Die sind beide knapp zwei Minuten lang und, das weiß ich nicht, irgendwie, kommt noch einer oder war's das jetzt? Also, ich, ich denke mal, äh, dass jetzt, jetzt kommt wahrscheinlich nochmal der, der japanische Trailer, der nochmal ein paar Extraszenen und vielleicht einen leicht anderen Schnitt hat. Äh, und dann werden jetzt wahrscheinlich im, Ende November oder so, werden dann diese ganzen Fernsehtrailer kommen, genau, ja. Ähm, ich mein, also, ich, für mich, äh, mach jetzt hier den Cut, glaub ich, also, ich, ich schau mir, hab mir den jetzt angeschaut, äh, schau mir den jetzt auch noch ein paar Mal an, um dann zu versuchen, wieder alles zu vergessen. Und, äh, aber, also, diese anderen Trailer werde ich jetzt tatsächlich nicht mehr anschauen, äh, weil, ja, im Podcast werden wir jetzt dann, äh, auch nicht mehr drüber reden, äh, wir werden natürlich im Dezember dann den tatsächlichen Film besprechen. Äh, ich mach jetzt hier einen Cut. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch einen großen weiteren Trailer bekommen, der nochmal ganz anders ist. Ich mein, der, der Teaser war ja tatsächlich, ich, ich könnte jetzt gar nicht beschreien, wie, wie lang er war, aber er hatte ja so ein paar, äh, Schwarzblenden und, und recht langsame Einstellungen zwischendrin, so, dass die, und sag mal, es, es gab außerdem Voice-Over mit diesem Breathe und, und dann tatsächlich am Schluss noch It's Time for the Jedi to end. Und ansonsten ist ja, glaub ich, kein Dialog drin gewesen. Da sind wir jetzt natürlich so ein bisschen, also, es gibt jetzt schon mehr zu sehen und, und tatsächlich mal so ein bisschen Dialog auf Voice-Over, ja, aber, äh, ich mein, er, er gibt schon ein bisschen mehr Preis und, und zeigt ein bisschen mehr. Ja, und also ich, wie gesagt, bei mir war es so, mich hat dieser Teaser damals nicht so begeistert, weil er, ja, irgendwie so, meiner Meinung nach damals einfach so ein paar Szenen aneinander gereiht hat, die jetzt nicht so aufregend waren. Und, und klar, diese Aussage von Luke, It's Time for the Jedi to end, das ist natürlich schon ein Kracher, theoretisch. Ähm, aber dieser hier, der, also durch diese angedeuteten Konflikte, die ich grad aufgezählt habe, ähm, macht er mich jetzt schon sehr hibbelig und ich möchte unbedingt sehen, was, was da jetzt ist. Und, und ich finde, die finden eigentlich ziemlich gelungen wieder, ähm, weil, also ohne jetzt genau zu wissen, wie, wie das damals nochmal war bei Episode 1, 2, 3, aber ich finde, ähm, damals bei Force Awakens war es schon so, also ich war sehr, sehr begeistert von den beiden Teasern und auch dem Trailer damals, die es geschafft haben, diesen Hype wahnsinnig zu steigern und zu vermitteln. Und gleichzeitig überhaupt nichts an Plottelementen zu verraten eigentlich. Also ich fand das sehr meisterhaft gelöst damals. Ähm, und dieser, ähm, also ich hab's jetzt bestimmt schon fünfmal gesagt, aber, also ich finde, er verrät eigentlich, er verrät so ein paar Konflikte, aber eigentlich auch noch nicht so, dass, dass du jetzt das Gefühl hast, den Plot schon zu kennen. Also jetzt, wo du es eigentlich mal sagst, wenn man dir wirklich nochmal, ja, sagen wir es mal so, du bist eigentlich in Force Awakens reingegangen, ohne irgendeine großartige Idee, was passieren wird. Hier gehst du aber eigentlich jetzt schon mit einem, mit einer größeren Idee, was passieren könnte. Ja, 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 ja. Gut, hängt natürlich auch damit zusammen, dass du weißt, wer diese einzelnen Figuren schon sind und wenn sich jetzt... Ja, aber das kann sich halt wieder so ein bisschen so nach... Ich nehm jetzt mal Blade Runner, ja. So, jetzt den, aber hast du den schon gesehen? Ich hab den schon gesehen, ja. Okay, also, selbst wenn, ich würde nicht spoilern, wenn ich sage, dass hier Harrison Ford drin vorkommt, ja. Ja. Und da macht im Prinzip der Film einen riesen Geschiss drum, dann kommt er erst am letzten Drittel vor und das eigentlich wichtige Gespräch dauert fünf Minuten, ja. Da wird eine, also ist eine komplett falsche Erwartungshaltung geschürt worden, die, ja, jetzt nicht den Film versaut hat, aber ich muss sagen, so, okay, eigentlich wäre es viel cooler gewesen, ihr hättet Harrison Ford möglichst nicht mehr erwähnt und das wäre mal so ein Aha-Erlebnis mitten im Film gewesen. Ja, gut, das ist natürlich, sowas ist heutzutage natürlich ganz, ganz schwer. Also, gut, erstens mal, dann dürftest du dir tatsächlich eigentlich gar keine Trailer anschauen. Gibt's ja auch genug Leute, ne, die, also ich, wie gesagt, ich hab ja auch selber schon überlegt, diesen Last-Jedi-Trailer jetzt gar nicht anzuschauen, aber dann müsste man das tatsächlich in aller Konsequenz machen. Jetzt mit Harrison Ford, dann hättest du natürlich auch nicht aufs Poster schauen dürfen, wo dann sein Name draufsteht und so. Na gut, du hättest ihn gar nicht erwähnen dürfen, aber dann kommst du ja eh da drauf, dass, glaube ich, viele Leute in Blade Runner gehen und enttäuscht sind, weil die den Ersten nicht kennen. Und wenn du den Ersten nicht magst, magst du den auch nicht. Aber das ist kein Blade Runner Podcast hier. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass man, glaube ich, in dem Film mit einer gewissen Erwartungshaltung reingeht, was den Plot angeht. Und wenn die, also im Grunde genommen kann das Ding eigentlich doch fast nur verlieren, weil entweder wird's genauso gemacht, wie es im Trailer war, dann sagst du, äh, mäh, wie blöd, ja. Oder es war wirklich, und dann zieh ich meinen Hut, ja, oder meinen Trooper-Helm. Also wenn das wirklich so geschnitten war, dass du halt zu diesen potenziellen Rückschlüssen kommst, die wir jetzt so getroffen haben, ne, und es ist am Ende komplett anders, dann Chapeau. Aber ich glaube, es ist nicht so, weil Disney im Zweifel immer die sichere Nummer spielt. Und das wäre eine unsichere Nummer, ist so zu machen. Und ich glaube, im Zweifel gehen sie einen auf Nummer sicher, weil, ja, und, äh, und dann, dann wird es eben so sein. Also ich bin auch gespannt. Ich erhoffe mir mehr von den ganzen Anthology-Filmen. Zeig dir ehrlich. Ich weiß im Moment nicht so, was ich mir vom Han Solo-Film erhoffen soll, aber, ähm, ich, ich bin, ja, grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Äh, von daher schauen wir mal. Ich muss aber auch sagen, also, Last Jedi, ich, ähm, vielleicht laufe ich damit in die Wand, aber ich, ich hab, ich freu mich drauf und ich hab eigentlich ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich kann dir sagen, was ich mir von Han Solo-Film erhoffe, und zwar sowas wie Lethal Weapon. So eine Buddy-Komödie. Genau, so eine Buddy-Action, ein bisschen Comedy, also ohne jetzt, dass es wirklich so eine Action-Komödie ist, aber halt so mit coolen One-Linern und irgendwie so einem Haste-Plot, weißt du, dass sie irgendwie was rauben oder klauen wollen oder irgendwie so ein Kram, ähm, das fänd ich geil. Das fänd ich geil, so eine Buddy-Action-Film-Komödie, ohne dass es zu lustig wird, ne, also immer noch im Rahmen, aber sowas fänd ich geil, so liefe Weapon-mäßig, das fänd ich gut. Oder stirbt langsam mit irgendwie sowas der Art. Schauen wir mal, ich mein, da müsst ja eventuell jetzt auch schon demnächst mal irgendwie so ein Teaser oder sowas rauskommen. Bei Twitter gibt's halt jede Menge Bilder, ne? Ja, ja. Also, was heißt jede Menge, also ab und zu, genau. Recht aktiv, ja. Und, ja, mal gucken, ich mein, was ganz kurz noch zu, was sagst du eigentlich zu dem Regisseur? Ich mein, der hat ja außer Looper und drei Folgen Breaking Bad, wo ich ihn jetzt auch natürlich nicht bewusst nach wahrgenommen hab, weil, wer achtet bei Breaking Bad jetzt schon auf die einzelnen Regisseure der Folge? Also zumindest ich tue das nicht, aber ich höre sie schon wieder in den Kommentaren. Ähm, aber, äh, hast du, verbindest du irgendwas mit dem? Hast du Looper gesehen? Glaubst du, dass es so ein Regisseur ist, der wie, wie ein Tarantino, dass man von Looper auf diesen Film schließen kann? So wie du bei Abrams, kennst du einen Abrams, kennst du alle, in Anführungszeichen? Ähm, das kann ich schwer einschätzen. Also, weil ich jetzt auch nicht dir sagen könnte, was so der Rian Johnson Stil ist. Ähm, also ich hab, ich hab Looper gesehen, ich hab Brick gesehen und ich hab Brothers Bloom gesehen. Also, ich weiß nicht, ob er darüber hinaus noch mehr gemacht hat. Das sind jetzt so die drei, äh, Filme, die ich vor Augen hab. Ähm, die hab ich alle gesehen. Fand sie alle gut. Mhm. Ähm, könnte dir bei Looper noch erzählen, so grob worum es geht, bei den anderen beiden nicht. Ich bewundere ihn irgendwie, weil er ja mit Drehbuchautor und Regisseur in Personalunion seine Sache da irgendwie recht gut und souverän durchzieht. Wenn man jetzt auch schaut, äh, dass er ja so fast der, der einzige Regisseur der neuen Generation ist, der das irgendwie so ohne größere Skandale oder gefeuert werden, äh, durchgezogen hat. Ähm, genau. Genau, aber, also, ich, ich find's cool, dass sie ihm das gegeben haben und, und er sich da jetzt beweisen kann und irgendwie ein erfahrener, junger Regisseur ist. Irgendwie, also, mehr kann ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen. So als Gedanke, ich hab's neulich zum, äh, Freund schon gesagt, mit Denis Villeneuve, der jetzt Blade Runner gemacht hat. Mhm. Ähm, also wenn man sich dessen Filmografie so anschaut mit, äh, Enemy und, äh, Arrival, Blade Runner und, äh, Prisoner, Prisoners, äh, die ich, Prisoners, ja. Die, die ich alle sehr gut fand, das wär jetzt so ein Ding, wenn sie Denis Villeneuve einen neuen Star-Wars-Film geben würden, das wär so ein Ding, wo ich sag, oh Mann, da, da bin ich gespannt. Ähm, so geht's mir mit Rian Johnson jetzt nicht. Ich kann nur sagen, also, ich glaub, ich halte ihn für sehr, sehr fähig und ich find ihn einen grundsympathischen Typen, wenn man ihn so erlebt. Und, gut, J.J. Abrams Rückkehr in Episode 9, I will finish what I started, ähm, ja, das ist nochmal ein anderes Thema, das brauchen wir jetzt nicht besprechen. Ähm, so viel dazu. Ähm, das heißt, du weißt auch nicht, ob dieser Rian Johnson ein Star-Wars-Fan ist. Äh, äh, der sich da mal irgendwie zu geäußert, ich weiß es nicht, also... Ist er. Ähm, ich könnte jetzt kein, kein Zitat oder so, äh, hervorzaubern, aber ich glaube, er ist Star-Wars-Fan und, und auch seit langer Zeit schon. Na ja, wollen, dann wollen wir es mal hoffen. Ja. Dann wollen wir es mal hoffen. Ich weiß nicht, ich fäll mich, ich geh gerade im Geiste nochmal durch und fäll nix mehr ein. Fällt dir nochmal was ein? Also ich würde zwei Sachen gerne noch kurz ansprechen. Das eine ist, weil ich es gerade angekündigt hatte, äh, nochmal diese Sache mit, mit Luke und, und Ray. Äh, was, was ich sehr interessant finde, ist diese Aussage von Luke im Trailer, wo er sagt, so frei zitiert, ähm, ich hab einmal schon diese ungebändigte Macht und Stärke gesehen, ähm, und damals hat's mich noch nicht geängstigt. Und jetzt tut es das, ähm, frage ich mich, ob er bei diesem ersten Mal, von wem redet er? Redet er da vielleicht von Kylo, als Kylo damals in seiner Akademie einer seiner Schüler war? Und jetzt sieht er Ray und sieht diese Macht wieder in ihr und hat dieses Mal Angst und weigert sich aus diesem Grunde Ray auszubilden. Ähm, das wäre jetzt mal so meine Interpretation dieser Aussage. Ich, ich, ich hab's ganz anders interpretiert. Ähm, ich habe es so interpretiert, dass er sich selbst meint, nämlich als er in Return of the Jedi über Weder herfällt. Okay. Ähm, da besiegt er ihn ja im Grunde genommen auch nur, weil er, äh, seinen kompletten Hass aus sich rauslässt. Weil er haut ja dann einfach nur noch wild drauf, ohne jegliche Kampftaktik oder sonst irgendwas. Ähm, also im Prinzip mit purer Wut und purer Gewalt, ähm, überwältigt der Ray da ja. 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 Was ja auch im Grunde genommen Ziel des Imperators war und er ja dann nur nicht von der dunklen Seite bekehrt wird oder eingenommen wird, weil er ja dann doch Mitleid für Vader empfindet. Ja. Und sein Schwert wegschmeißt. Und sein Schwert wegschmeißt, genau. Genau. Und deswegen habe ich das jetzt ehrlich gesagt auf ihn selbst bezogen. Mhm. Weil was anderes fällt mir jetzt, andere Jedis kennt er ja nicht. Also außer aus Büchern. Aber dann hätte er es ja nicht selber erlebt. Also genau, deswegen eben meine Interpretation, er redet von, von Kylo. Ähm. Aber dann würde er ja ja nicht sagen, dass er davor keine Angst hatte, weil... Ja, oder vielleicht nicht genug Angst. Also ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr so an den Worten. Ja, genau. Könnte man auch so sehen, ja. Ganz interessant finde ich auch noch, äh, ich meine, der, der Trailer öffnet ja offensichtlich mit Snoke, wie er mit Kylo redet, glaube ich, ne? Und er sagt, er redet ja auch von dieser Raw, äh, was sagt er irgendwas mit Raw Power oder sowas. Irgendwie sowas, ja. Und das wird ja dann nochmal reflektiert oder, oder wiederholt von Luke. Also es, es im Grunde sagt, Snoke zu Kylo, ich hab diese rohe Macht in dir gesehen. Und Luke sagt das Gleiche, bisschen später nochmal zu Rey. Und, äh, was ich ganz interessant fand, war in diesem Snoke-Zitat, ähm, Ja, das müsst ihr euch jetzt alle selber nochmal anhören. Also ich, ich weiß es nicht mehr so genau. Er sagt, ich hab noch nie diese, äh, ungezähmte Raw Power da gesehen. Ähm, ähm, und dann war da noch something truly special oder sowas, sagt er auf Englisch. Was er auf Deutsch sagt, ähm, klang für mich so, als könnte er da einfach noch einen draufsetzen. Und zu Kylo sagt, ich hab dir, in dir das gesehen. Und das. Mhm. Ich fand im Deutschen so, als könnte man sogar interpretieren, als ob er in seinem Nachsatz dann nicht mehr über Kylo, sondern über Rey redet. Dass diese, und something truly special. Und jetzt redet er über Rey. Schauen wir mal. Ja, da könnte er im Grunde genommen, das ist dann doch seine Schwester. Ja, ja, ich mein, das ist eh noch interessant, ne? Also so über, über Herkunft von Rey, ähm, haben wir jetzt noch gar nicht spekuliert, äh, da gibt's auch nix Neues. Gibt's in dem Trailer jetzt auch nix Neues eigentlich, ja. Ja, eine Sache, die ich noch interessant fand, ich glaube, dass ja, dass der, äh, Kylo sich diesen albernen Helm jetzt dann, also ich glaube, er wird ihn wegschmeißen, relativ früh am Anfang. Bin mal gespannt, ja, äh, also ich glaube, auch fast, ja. Weil er, glaube ich, mitkriegt, dass dieser Helm einfach für ihn halt albern ist. Ja, er braucht ihn ja nicht. Also, ich, ich musste mich auch erstmal an den Gedanken gewöhnen, dass man ihn jetzt nur noch ohne Helm sieht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, wenn du einen Schauspieler wie Adam Driver verpflichtest, dass du den jetzt nicht die ganze Zeit mit Helm durchs Bild laufen lässt. Also insofern, ja, kann gut sein, dass Kylo ab jetzt, äh, so rumläuft. Ja, ich fand den, ich fand den Helm ja auch immer ein bisschen albern. Also ich meine, da fand ich ja ehrlich gesagt, äh, die Reaktion von, ist das nicht sogar von, von Poe, der irgendwie sagt, kannst du überhaupt reden unter dem Helm oder irgendwas, oder war da nicht irgendwie sowas? Ja, ja, gleich am Anfang. Genau, gleich am Anfang irgendwie sowas. Und, ähm, ja, ich meine, das, 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 das habe ich auch in unserem Review zu The Force Awakens gesagt, der albern, der eifert halt Vader nach. Und es ist halt einfach nur, wie wenn ein Kind halt Vader spielt. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass er sich davon jetzt halt lossagt, von diesem Nacheifern und dann im Grunde gesagt, ich brauche die blöde Maske nicht. Und, äh, ja. Also ich, also ich persönlich, ich fand die Maske cool. Ich fand diese Kombo-Maske mit, äh, Kapuze irgendwie, also ich fand das cooles Design. Ähm, mich, mich hat's natürlich auf, auf einer übergeordneten Ebene auch ein bisschen gewundert, dass du jetzt halt schon wieder einen Bösewicht mit Maske hast. Ähm. Genauso, dass du schon wieder einen, einen Todesstern hast. Ähm, wobei du jetzt halt, klar, in Kylo Ren, er trägt die Maske, weil er halt Darth Vader nacheifern will. Ähm, genau. Und wie du jetzt schon gesagt hast, äh, jetzt die Emanzipation vielleicht von Vader, äh, er braucht diese Maske jetzt nicht mehr, oder? Ja. Genau, irgendwie sowas. Um, um, um nochmal ganz kurz anzuschließen an, an diese Sache mit, ähm, Rey und, und Luke. Also ich bin tatsächlich gespannt, ob, ähm, wir eventuell gar keine klassische Jedi-Ausbildung hier zu sehen bekommen, weil Luke eben sagt, it's time for the Jedi to end. Also ich, ich will das nicht mehr machen, äh, weil er sagt, Rey, ich sehe so eine ungezügelte Macht in dir. Das ist bei Obi-Wan und Anakin schon schiefgegangen. Das ist bei mir und Kylo schon schiefgegangen. Ich, ich hab einfach keine Lust mehr. Ich hab Angst davor, dich irgendwie auszubilden. Äh, und dass er sich weigert und, und Rey tatsächlich, äh, in so eine antagonistische Beziehung mit, mit Luke eintritt. Also, dass die beiden im Grunde eher sich dann feindlich gegenüberstehen als, als freundlich. Und, ähm. Das ist halt eben genau der Punkt, ähm, wo, das ist die Frage, in welcher Reihenfolge, also wie jetzt die Schnitte sind, ne, wie die Reihenfolge ist. Es könnte jetzt ja sein, sie kommt an und sagt, bilde mich aus und er sagt dann relativ, äh, straight, nö, mach ich nicht mehr, weil, ja, er kennt dann ihre Raw Power und macht's halt dann trotzdem, weil er glaubt, dass es hinkriegt. Oder, ähm, er fängt an, sie auszubilden, merkt irgendwie, das wird nix. Oder hat die Angst, er züchtet da ein Monster herbei und sagt dann, nee, nee, wir hören jetzt hier auf. Und dann hat sie praktisch erst die, die Motivation, vielleicht dann Kylos Hand zu ergreifen. Genau, dass sie dann zum Beispiel auch irgendeine, eine Machtvision von Kylo und Snoke hat und dann eben denkt, na gut, wenn du mich nicht ausbildest, Luke, dann, dann schau ich mir halt mal die beiden an, was die so anzubieten haben. So, ähm, mehr oder weniger, ja, genau, ja, ja, oder sie wird halt irgendwie gefangen genommen, oder weißt du, sie muss ja irgendwie gefangen genommen werden, mal wieder. Und, ähm, ja, also da bin ich mal gespannt. Vielleicht ist das auch nur eine Vision, weil sie hat da auch die gleichen Klamotten dann, also oft umziehen tut die sich ja nicht, ne. Ähm, ja, das ist schon ein bisschen wuffelig, aber gut, okay. Vielleicht hat sie ja mehrere Garnituren davon. Ja, grauer, grauer Leidensäcke im Schrank, genau. Das war genauso wie Kylo sich auch jeden Morgen fragt, was ziehe ich denn an? Ja, genau. Was ziehe ich denn an? Ja, ich bin wirklich mal gespannt, also, ähm, ja, es gibt, ja, also, ganz schlimm fände ich, wenn sie wieder mit einer Chosen One Nummer um die Ecke kämen, das fände ich total lame, ja. Ähm, ja, glaube ich aber nicht. Zumindest, das hätte man, glaube ich, auch irgendwie wieder angeteasert. Wobei natürlich immer noch die Frage ist, wer halt dann Rays Eltern sind und wenn die halt dann wieder eine Jungfrauengeburt ist, dann wären wir wieder beim Chosen One, ne. Ja, also, ich, ich glaube es nicht. Also, ich glaube nicht, dass wir hier eine Jungfrauengeburt haben werden. Ich glaube auch nicht, dass wir die Chosen One-Thematik wiederbekommen. Ich meine, was wir anscheinend schon bekommen, dass ja Snoke, äh, sich hinreißen lässt, zu ihr zu sagen, it is your destiny. Äh, das kommt einem ja auch schon irgendwie bekannt vor. Ja. Aber, also, ich glaube, dass diese Befürchtungen sich, sich nicht mehr wahrheiten werden. Jetzt zum Abschluss, äh, weil ich es hier vor mir offen habe schon die ganze Zeit, äh, was hältst du denn von dem Poster, was heute auch mit veröffentlicht wurde? Ja, da hatten wir im Vorgespräch ja schon kurz über dieses Meme gesprochen, dass irgendjemand die Front von Vaders Helm über dieses Poster gelegt hat und es erstaunlich gut passt, ne. Aber der Mensch ist ja eine Mustererkennungsmaschine, wir wollen ja immer ein Muster über in allem erkennen, von daher glaube ich, dass das Zufall ist. Aber ich finde es interessant, dass Leia so im Mittelpunkt steht. Ja, ja. Ähm, also, zu dem Helm vielleicht ganz kurz, ähm, ich glaube, also, je länger ich mir das Ding anschaue, desto mehr glaube ich doch, dass es Absicht ist. Und zwar, ähm, es gibt ein Empire Strikes Backposter, wo du tatsächlich Vader so von vorne siehst. Ich weiß, ja. Und wo, ähm, so, ich glaube, es sind blaue Striche so, so hinter und neben ihm sind. Und ich glaube, dass diese, diese roten Striche, die so links und rechts auch um Luke rum und dann um, um Kylo und Rey rum zu sehen sind und du siehst dann in diesen Strichen noch so schemenhaft die Mütze von, Kapuze von Luke so fortgesetzt. Und jetzt, das schaut mir sehr, sehr nach diesem Vader Empire Strikes Backposter aus, ohne das jetzt konkret vor mir zu haben. Aber, also, ich glaube, dass da eine starke Parallele zu diesem Empire Strikes Backposter besteht. Also, von der Bildaufteilung absolut. Also, von der Bildaufteilung, da bin ich hundertprozentig bei dir. Das ist, das ist schon, ähm, Absicht. Aber, dass es das halt jetzt, wenn man das im richtigen Maßstab drüber legt, halt passt, glaube ich, ist Zufall. Ja. Also, ich werde es auf jeden Fall mal mit in die Shownotes posten, einen Link zu diesem Meme. Ja, genau. Ähm, aber davon abgesehen, also, ich finde das Poster super. Ich muss sagen, also, ich bin ja sehr großer Fan von, von Drew Struzan und seinen Postern in den 80er Jahren für Indiana Jones, für Zurück in die Zukunft und, und hat ja alles gemacht, was, was Rang und Namen hat. Und ich vermisse das. Also, so die Kinoplakate heutzutage, die sind oft so mehr schlecht als recht fotogeschoppt und, äh, und dann die DVD-Cover noch schlimmer. Ähm, und das ist irgendwie so eine, so eine verlorengegangene Kunst, so Kinoplakate. Und die sind alle blau und orange. Okay. Du musst dir das mal, äh, nee, muss man drauf achten. Leg, leg, leg dir mal ohne Scheiß, leg dir wirklich mal, ähm, Avengers, Star Wars, Star Trek, egal. Leg, leg dir die mal nebeneinander oder mach mal ein paar Bilder suchen. Die sind alle blau und orange. Alle. Okay, ja, ich muss mal drauf achten. Aber mir, also mir ging's halt so, wenn man's jetzt nochmal mit, mit Force Awakens zum Beispiel vergleicht, ähm, das Poster, ähm, also ich, es war okay, aber es war, man hat, man hat irgendwie so alles drauf geklatscht und es war schon sehr, ähm, unruhig und, ja, und irgendwie ein bisschen zu viel des Guten, was da so irgendwie war. Und irgendwie los war auf diesem Poster. Das hat mich so, so hektisch nervös gemacht irgendwie. Ähm, und, ich mein, wir hatten ja jetzt dieses Teaser-Poster die ganze Zeit schon gesehen, ähm, von, von Last Jedi, wo es Rey, das, das Lichtschwert so nach oben hält und du dann Luke und, und Kylo siehst. Ähm, das, das war jetzt in, in Schweden zum Beispiel, ich war jetzt eben in Blade Runner, ähm, am Wochenende und in dem Kino waren überall diese Last Jedi-Teaser-Plakate. Äh, ich war jetzt schon so halb davon ausgegangen irgendwie, äh, ist das jetzt schon das richtige Poster? Und, und war jetzt eigentlich ganz überrascht, so, ah nee, hoppla, da, da gibt's ja tatsächlich noch eins. Und ich find's sehr, sehr cool. Also, ich mein, es führt diese, es gab ja schon diese Poster, die so rot-weiß waren, wo sie die einzelnen Charaktere, Charakter-Poster, genau. Die fand ich auch richtig cool, ähm, durch, weil, weil sie so eine ganz eigene Farbkomposition halt hatten. Ja. Und, und dem auch treu geblieben sind. Und jetzt auch wieder im Vergleich zu den Charakter-One-Sheets oder wie sie hießen da von Force Awakens, wo, wo Han, Leia, Rey, Finn, wo sie alle immer entweder ihren Stab oder Blaster oder Laserschwerter vor, vor einem Auge hatten, die waren schon cool, haben mich aber jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Also, diese Last-Jedi-Charakter-Poster fand ich richtig cool. Die fand ich auch gut, ja. Und ich finde, dass dieses Poster das jetzt irgendwie auf schöne Weise fortführt. Also, ich find's ein sehr cooles Plakat. Auch im Grunde ein bisschen, also dadurch, dass das dieses rot-weiß so, äh, also ich find's hat mal wieder, ja, ist irgendwie richtig stylisch, find ich. Ist zwar auch so ein bisschen, man hat jetzt auch wieder viele Charaktere drauf und so, also ich find's, find's sehr cool. Ich bin gerade, während wir sprechen, noch über ein zweites Last-Jedi-Poster gestoßen. Das hab ich jetzt gerade mal, kannst du ja auch mal verlinken. Ich weiß nicht, ob das offiziell ist. Sieht irgendwie, wenn's nicht offiziell ist, extremst aufwendig gemacht, dann ist es sehr gut gemacht. Wenn man das jetzt mal fortspinnt, ich glaub aber nicht, dass es offiziell ist, wenn du dir den Luke oben anguckst, aber die Geste wär ja dann schon so Messias-mäßig. Kannst du ja auch mal verlinken. Ja, ich werd's auf jeden Fall verlinken, ja. Also, sollte das offiziell sein, dann hat es ja nochmal einen ganz anderen Drive irgendwie, ja, weil du da ja praktisch, also ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht doch eine Version ist. Bisschen, das schaut fast so ein bisschen aus wie das Amadeus-Poster, oder so. Ja, jetzt, wo du sagst, warte mal eben, das ist ja das Schöne, wenn man Live-Podcasts macht, ja, da kann man einfach eben mal schnell, dass sich das Ganze mal zu Gemüte führen, aber ja, stimmt, wo du sagst, Amadeus-Poster, ja, da ist was dran. Ist nicht unähnlich von der Pose her. Also jetzt auch, ich hab's jetzt nicht gesehen, oder ich hab's nur so spontan. Ja, ja, stimmt, ja, genau. Keine Ahnung, ob das irgendwie ein Entwurf ist, was offiziell ist, aber es ist ein interessantes Ding auf jeden Fall. Ja, und wer immer das gemacht hat, hat auf jeden Fall viel Arbeit reingesteckt, weil das ist eigentlich ziemlich gut, ziemlich gut geworden. Ja, also das offizielle Last Jedi-Poster jedenfalls, also das wäre eins, das würde ich mir auch an die Wand hängen, wo ich mich allerdings schon frage, oder was ich mich schon frage, ist ja so, also wenn du die Episode 1, 2, 3-Poster, die ja auch Drew Struzan, glaube ich, noch gemacht hat, wenn du die drei nebeneinander hängst, hast du ja so eine Art Tryptychon. Ja, ja, ja. Als Poster neben dem Force Awakens-Poster, wundert's mich jetzt fast ein bisschen. Wir waren, ich war jetzt ja vor ein paar Wochen in Urlaub gewesen, da waren wir dann in Italien und als wir in Genua vorbeigefahren sind, als echter Nerd reicht es ja schon, wenn du aus den Augenwinkeln mal kurz was siehst, was irgendwie ins Beuteschema Stormtrooper passt, ja. Und siehe da, da war dann eine Ausstellung im Hafen von Genua über Star Wars Spielzeug. Aha. Die war jetzt, sagen wir es mal so, die war jetzt nur leidlich spannend oder, sagen wir mal, leidlich gut gemacht, waren einige Fehler drin, auch von den Beschriftungen her und so weiter. Ähm, aber, äh, was interessant war, war auch eine kleine Sektion von internationalen Postern der alten, oder überhaupt der Film, sagen wir es nur so. Ja, ja, und da gibt's ja dann doch wirklich teilweise, also Abwandlungen, die also mit dem Originalfilm, also du glaubst ja eigentlich, das ist ein Masters of the Universe-Film. Ja, ja, also da hat der Luke, also die Gesichtszüge der Hauptcharaktere haben überhaupt nichts mehr mit den Schauspielern zu tun, aber die Muskeln sind, und das war beim 70er-Jahre-Plakat teilweise ja auch schon so, ne, der Luke mit, 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 mit offenem Hemd. Ja, ich meine, da gibt's ja dieses ganz ikonische Hillebrand, oder wie sie heißen, Brüder-Poster. Ja, aber das dann da, also wirklich nochmal auf die Spitze getrieben, und ich muss mal gucken, ob ich das, ob ich das fotografiert habe, ich bin mir grad nicht sicher. Es war aber ganz schön zu sehen, das alte Spielzeug von damals, ähm, es war schön, diese Spielzeuge nochmal so zu sehen, wie sie aussahen, als ich sie ausgepackt habe. Ja, ja, weil ich hab die zwar nicht mehr alle, aber viele noch im Keller, und hab sie grad bei meiner Mutter letztens mal wieder rausgeholt, weil die umgezogen ist, und dann haben wir jetzt mal ausgemistet, und das ist halt einfach alles bespielt. Ja. Also es ist einfach alles, ich hab das noch teilweise, aber es hat einfach alles bespielt, und da war halt wirklich das ganze Spielzeug so out of the box, ja, teilweise hab ich auch gar nicht mehr gewusst, dass es das gab, oder zum Beispiel die Raumfähre Didirium, das war so der heilige Gral, das hatte keiner. Ja, die gab's, die kannte ich nur von den Verpackungen hinten drauf, ja, ein Kuppel von mir hatte eine Slave One, da war der schon King mit, ähm, und, äh, ja, also das war, war höchst interessant, und, ähm, schön war auch, äh, äh, Use the Force auf Italienisch, Usa il Talento. Il Talento. Und das war dann, und das war dann übersetzt, äh, auf Englisch mit Use the Talent. Jetzt weiß ich nicht, wo da der Fehler war, ja, ich hab Star Wars nie auf Italienisch gesehen, aber das war schon lustig, Usa il Talento. Ich bilde mir ein, also meine Freundin ist ja Italienerin, ähm, leider kein Star Wars Fan, aber, also ich bilde mir ein, dass das, ich, also ich glaube es heißt La Forza, aber beschreiten könnte ich es jetzt nicht. Also ich glaube, il Talento heißt es nicht. Also das, das, das würde im Prinzip meinen, meinen Eindruck bestätigen, dass diejenigen, die diese Ausstellung befüllt haben, also es war wahrscheinlich einfach die, die Spielzeuge von irgendeinem Sammler. Ja. Aber dass die, die diese Ausstellung befüllt haben, einfach keine Ahnung von Star Wars haben. Also das hast du so bei den Beschriftungen der einzelnen Schildchen und so gemerkt. Der, der das aufgestellt hat, hat keine Ahnung davon gehabt. Aber wer mal in Genua ist, ich glaube, die geht noch bis, bis Mitte, bis Ende Oktober oder so. Ja, also man muss sich aber schon ranhalten. 13 Euro und, 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 und die waren es wert. Und ein paar Lacher. Genau, die waren es wert, ein paar Lacher und, äh, ganz genau. Es gab sogar, und das fand ich wirklich, dann bin ich auch fertig, es gibt sogar ein Playset, das wusste ich auch nicht, vom, äh, verbrannten Anakin. Ui. Also das gibt's auch als Playset. Mit, ähm, mit so einer, äh, Bahre, Krankenbahre und halt so einer Figur ohne Beine, ohne Arme und verbrannten Kopf. Schön. Das war dann, das muss dann ja, das war dann 2005 schon, oder? Ja, ja, die hatten, die hatten alle, also Spielzeuge über alle Episoden. Okay, okay. Äh, hatten die, also auch, auch Rogue One und, 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 und Forza Awakens war schon dabei. Aber das Herzstück war natürlich am Anfang die alten, die alten Kenner-Sachen. Ja. Ah, das klingt cool, ne? Also ich, 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 ich kann dir mal die Bilder mal schicken. Ja, ja. Ähm, äh, kannst ja, vielleicht hast du mal einen Blogartikel, wo die reinpassen oder so. Ja, kann mal die eine oder andere. Also es war, es war einfach nett, nett zu sehen mit dem, was man als Kind gespielt hat, nochmal so im Originalzustand, weil, ja, so schnell wirst du es da nicht mehr sehen. Und ich bin halt jetzt auch nicht wie du ein Sammler. Ja, also hast du das, den alten Kram boxt bei dir drinstehen, ja? Nee, also ich, ich bin jetzt auch nicht so ein Sammler in dem Sinne richtig, ähm, aber, also ich hab nie so dieses komplette Commitment gehabt, jetzt tatsächlich richtig zu sammeln. Also ich hab, also ich hab eine ganze Weile in den USA gewohnt und einer der Gründe, warum ich das nicht mehr tue, ist, weil vor sechs Jahren ein Tornado mein Haus zerstört hat. Okay. Und, äh, da hatte ich auch viele original verpackte Star Wars Figuren, die ich in meiner Zeit in den USA da so, äh, angesammelt und zusammengekauft hatte. Und da sind ganz, ganz viele vom Winde verweht. Und das war so der Punkt, wo ich dann gesagt hab, so Mensch, ja, irgendwie, weiß nicht, vielleicht, also ich hatte mich, es hat damals nach dem Tornado hat sich mein Verhältnis zu Besitz auch total geändert. Also ich hab, hab wirklich dieses Sammeln und Besitz anhäufen auf einmal total hinterfragt. Okay. Ähm, und also wenn ich jemals Sammler gewesen war, dann ab dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr, ähm, aber mich, mich haben diese Figuren immer wahnsinnig fasziniert, ähm, liegt auch daran, also ich hab in den 80er Jahren, ähm, Star Wars so ein bisschen verpasst. Ähm, ich war Lego-Fan, ich war Masters of the Universe-Fan und, äh, Star Wars ist damals an mir vorbeigegangen, ähm, und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann Star Wars für mich entdeckt hab, nämlich mit der Ausstrahlung auf Sat.1, äh, da gab's diese Figuren halt dann in den Läden nicht mehr und ich hab mich, ich konnte mich natürlich noch dran erinnern, als die alle noch in den Läden waren. Und ich hab mich so geärgert, dass ich mir die damals nicht gekauft hab und jetzt ist zu spät und, und ja, irgendwie aus, aus diesem Gefühl, so dieses, das verpasst zu haben, äh, das hat mich seitdem irgendwie nicht mehr losgelassen und, und deswegen hab ich, hat mich irgendwie so eine wahnsinnige Faszination für diese Kenner Hasbro-Figuren gepackt, die mich eigentlich bis heute nicht losgelassen hat, äh, aber auch nicht dazu geführt hat, jetzt wirklich ernsthaft und mit aller Konsequenz zu sammeln. Aber ich kaufe mir immer mal wieder ganz gern Figuren, jetzt nach dem Tornado vielleicht etwas zögerlicher, aber ich hab, so langsam hab ich das auch überwunden und kaufe mir wieder welche. Ja, siehst du, bei mir war das Erweckungserlebnis, dass ich zu viel Kram hab, als ich aus einer größeren in eine kleineren Wohnung gezogen bin und, äh, beziehungsweise die Wohnung war gar nicht großartig klein, aber das Wohnzimmer war bedeutend kleiner. Und die Figuren, die sich früher so auf 60, 70 Quadratmeter verteilt haben, wo das nicht aufgefallen ist, wenn da mal irgendwo so eine Kotobukiya-Figur oder so rumstand, die türmten sich halt plötzlich irgendwie auf 40 Quadratmeter. Und dann kam ich irgendwann da rein, hab gedacht, boah, das sieht ja aus wie beim Kind, ne? Und dann hab ich echt angefangen, wirklich so diese ganzen, ja, es gibt so diese Unleashed-Figuren, wo das so Comic-mäßig und so weiter, so den ganzen wirklich so Figuren da echt knallhart auszumissen und eigentlich nur noch so mich auf fünf oder sechs hochwertige Kotobukiya-Figuren zu beschränken. Die hab ich auch, die geb ich auch nicht weg, deswegen hängt hier immer noch viel Kram rum, zwei Lichtschwerter, ein großer Falken und mein Bikerscout steht da auch, steht da auch noch in Lebensgröße irgendwo rum. Ich versuche es einzuschränken, ja, wir versuchen beide, meine Freundin ist ja auch nerdig unterwegs, dass wir halt uns erst jetzt auf T-Shirts beschränken, wenn wir es da wollen. Okay, das ist etwas weniger Platzraum. Genau, es ist ein bisschen weniger Platzraum. Bei mir ist einfach, ich meine, mir stellt sich gerade auch so ein bisschen die Frage, also hab ich auch jetzt öfter schon erwähnt, also ich wohne im Moment ja in Schweden für jetzt zwei Jahre, dann schauen wir mal, wo es hingeht. Und das heißt, also mein, die meisten meiner Sachen sind eingelagert im Moment und ich hab also auch kistenweise irgendwelche original verpackten Figuren eingelagert und also die tatsächlich den, entweder den Tornado überstanden hatten oder die ich halt in Deutschland hatte. Und, aber du fragst dich natürlich, hey, wenn die alle irgendwo eingelagert sind, wenn ich die jetzt nicht irgendwie aus den Kisten irgendwann wieder auspacke und irgendwo sinnvoll hinstelle, ausstelle oder so, ich meine, dann ist die Frage, was hast du jetzt davon, dass du kistenweise original verpackte Dinger irgendwo rumstehen hast. Ja, aber ich meine, auch das wäre so ein Thema, da könnte man nochmal eine extra Folge drauf machen, werde ich sicher auch mal, eine Star Wars Sammel- und Spielzeug- und Hasbro-Figuren-Folge. Aber genau, also bei mir ist es so ein Thema, ja, im Moment Platz und ja, und so ein bisschen der nötige Drive jetzt wirklich zu sagen, ich bin ein Sammler. Ja, ja, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich in den ganzen Facebook-Gruppen und so weiter Bilder von Star Wars Sammlungen sehe, okay, nicht jedes Mal, aber ich sag mal, in 90 Prozent der Fälle denke ich mir so, boah, nee, ja, so einfach die Sammelfiguren einfach an die Wand gedackert, ja, also mit der Verpackung. Dann hast du dann so eine ganze Wand, wo da so 20, 30, 40, 50 Kennerfiguren dann sind, dann kommen noch diese komischen mit dem Bubblehead-Figuren dazu, davon auch nochmal 50 Stück, ja, die finde ich ganz schrecklich. Und so weiter und dann denke ich mir so, boah, nee, das ist mir jetzt, also ich liebe Star Wars und es gibt auch keinen Tag, ich hab letztens, hab ich so einem Bekannten gesagt, es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht irgendwie mit Star Wars irgendwie in Berührung komme, ja. Nicht, dass ich jetzt immer den Film gucke, aber dann spiele ich ein bisschen eine Runde Star Wars-Commander auf dem Handy oder keine Ahnung was, ja, ich hab einen Geldbeutel mit einem Stormtrooper drauf, ähm, äh, äh, Kühlschrankmagneten sind drei Stormtrooper drauf, mein Hintergrundbild im Auto, im Navi, bla, es ist immer irgendwo irgendwas. Also man kann mir nicht vorwerfen, ich bin kein Fan, aber wenn ich dann so als diese Wohnzimmer sehe, wo ich mir so, boah, nee, nee, es hat alles seine Grenzen. Also ich, ich, mir geht es nach wie vor. Wenn du einen schönen Keller hast oder einen Dachboden, wo man das wirklich eine Ausstellung machen kann, aber ich wollte nicht mittendrin leben, nee, wollte ich nicht, wollte ich nicht. Aber da ist jeder anders. Also Keller, ähm, da, ich, ich muss mal den Eisi besuchen, der auch hier schon zu Gast war, der, der hat, glaube ich, einen, einen Riesenkeller mit, mit Dioramen und, und allem Möglichen. Das ist schon richtig cool, glaube ich. Das, glaube ich, ja, das, glaube ich. Also ich meine, mir geht es so, äh, ja, also in mir schlägt es irgendwas an, ja, wo ich, also ich finde das schon cool. Ich meine, ich würde es jetzt selber auch nicht machen. Davon abgesehen dürfte ich das zu Hause gar nicht. Also wenn, dann müsste ich schon irgendwie so, also mein Reich, ja, ein Arbeitszimmer, ein Nerdzimmer, ein Fernsehzimmer oder sowas haben, äh, wo man, wo man das machen könnte. Habe ich aber nicht, äh, also zumindest im Moment nicht. Ähm, ja, aber nee, also ich, Star Wars Sammlung, ich, ich finde es schon geil, ähm, aber wie gesagt, bei mir persönlich hat, hat dieser Tornado das, das Verhältnis so ein bisschen geändert. Ähm, eine Sache wollte ich, das wollte ich jetzt, wo wir jetzt kommen, jetzt sind wir noch ein bisschen am Quatschen. Wir haben ja Zeit, ne, also ich habe Zeit mitgebracht. Es ist dein Podcast, wir haben Zeit. Ähm, was, wir, wann hast denn du Star Wars zum ersten Mal gesehen? Na gut, wenn du sagst, du hast ihn zuerst in der Sat.1-Ausstrahlung gesehen, okay, dann hast du es ja nie im Kino gesehen, ne? Nee, also genau, ich habe es 1990 auf Sat.1 zum ersten Mal gesehen. Ah, okay, okay. Und dann halt Special Edition im Kino. Okay, alles klar. Ähm, weil ich erlebe immer wieder auf irgendwelchen Familienfeiern oder so, jetzt letztens auf einer Taufe von einem Bekannten auch wieder, Hallo Lorenz, ähm, da war dann irgendwie so ein, wie alt wird der gewesen sein? Acht, sechs, sieben, acht oder so irgendwas. Die waren halt alle Star-Wars-mäßig schon ganz gut dabei, über das Lego-Zeug und so weiter. Und dann, wo früher die Älteren vielleicht irgendwelche Märchenbücher vorgelesen haben, haben wir einfach in so einer, in so einer illustrierten Enzyklopädie geblättert, ja. Und, ähm, fanden das dann ganz großartig. Aber ich bin immer wieder überrascht, dass dann doch, wenn ich den Eltern dann sage, und, hat er schon Star Wars gesehen? Nee, sowas Brutales doch nicht. Er ist ab sechs, ja. Was? Ich sage, hallo, den ersten Teil habe ich, keine Ahnung, mit fünf gesehen. Nicht im Kino, sondern bei einem Kumpel auf schlechter VHS-Kassette. Den zweiten auf einer noch schlechteren Raubkopie. Und beim dritten, 84, war ich dann im Kino gewesen. Da war ich dann sieben Jahre alt, ja. Ich lebe immer noch. Ähm, kennst du das irgendwie auch, dass die Kiddies das zwar kennen, aber wenn du sie fragst, ähm, oder hast du das schon mal erlebt, sowas? Oder was machen denn deine Kiddies in deiner Verwandtschaft? Also ich habe, ich habe zwei Neffen, die sind aber noch nicht, also die sind tatsächlich noch nicht alt genug. Ähm, also die haben es noch nicht gesehen, aber ich erzähle ihnen schon immer, wer K2SO und BB-8 ist und so, äh, in der Hoffnung, dass da mal was hängen bleibt. Ähm. Also ansonsten, also ich habe von einem Freund, dessen, dessen Sohn im Kindergarten ist, äh, also die wissen schon, wer Yoda ist und wer Darth Vader ist und so, ohne die Filme jemals gesehen zu haben. Aber das hat halt, ja klar, jetzt auch durch, durch Clone Wars und, und Rebels und, ja, halt Zeichentrick und so. Ich meine, das hat einfach eine Präsenz, die einfach da ist. Ähm, bei, also bei dem Sohn von, von meinem Bekannten ist es jetzt so, äh, der, der weiß, wer Yoda ist und Co., hat aber so Schiss vor Darth Vader, dass er sich die echten Filme nie anschauen würde, weil er da einfach viel zu viel Angst davor hätte. Ähm. Und, ähm, und, genau, also mehr Erfahrungen habe ich da jetzt noch gar nicht. Ist, ist, ist interessant. Vor Darth Vader hatte ich nie Angst. Ich fand das Imperium ja prinzipiell sowieso immer cooler. Ähm, und, äh, vor Darth Vader hatte ich, aber wir haben vorhin über Amadeus gesprochen, da hatte ich Angst. Ähm. Ähm, wenn der Salieri in diesem schwarzen Anzug auftritt und dazu noch diese Musik kommt, da hatte ich als Kind Angst. Da mussten meine Eltern mit mir aus dem Kino rausgehen. Ui. War aber das gleiche Alter. Ja, der ist ja auch von 84 oder so, ja. Äh, und meine Mutter ging wohl mit mir in den Film rein, so nach dem Motto, der lernt der Bub wenigstens mal was. Ja, über Mozart, ja, klar. Ja, über Mozart, ja. Konnte ja nicht wissen, dass es gleich mal mit einer aufgeschlitzten Kehle losgeht, ja. Ähm, und da habe ich aber dann Angst gekriegt. Also, wenn der dann auch mit dieser, mit der dramatischen Requiemusik und so weiter, da weiß ich noch, habe ich echt Angst gekriegt. Aber keine drei Wochen später oder drei Wochen davor oder wann auch immer der Zeitabstand war, also innerhalb von kürzester Zeit. Vader, ey, Count Man, ja, aber sowas von. Also, so unterschiedlich sind dann. Ähm, ich, äh, also bei mir selber, ähm, ich hab, ich war ja zwölf, als ich da was angesehen hab. Ähm, als Kind, ich wage mal zu behaupten, dass ich wahrscheinlich schon Schiss gehabt hätte. Also, ich erinnere mich sehr gut dran, als ich mit einem Freund mal Pippi Langstrumpf, äh, angeschaut hab. Ähm, und zwar, also ich bin jetzt nicht sehr Pippi Langstrumpf-Firm, aber es, also es gibt einen Pippi Langstrumpf-Film, wo sie beide Piraten sind. Ja. Ähm, und ihren Vater da suchen oder so. Da kann Tucker land. Ja, ja, genau, der, der wird sein. Äh, jedenfalls hatte ich so Angst vor diesen Piraten. Ähm, also wir haben uns da beide hinterm Sofa versteckt. Und, ähm, also das war so, ähm, das, das Schlimmste, was ich in meinem jungen Leben damals gesehen hatte, die Piraten bei Pippi Langstrumpf. Deswegen wage ich mal zu behaupten, dass ich, äh, Darth Vader wahrscheinlich auch nicht so gut verkraftet hätte damals. Wer weiß. Nee, das, das Schlimmste war, was das wirklich noch getoppt hat, war in der unendlichen Geschichte der Gmorg. Okay. Ähm, der Gmorg war, ähm, das ging gar nicht. Da sind aber auch, glaube ich, die Kinder scharenweise aus dem Kino rausgerannt, ja. Ähm, also da weiß ich auch, da war ich auch mit meiner Mutter drin und die musste mir da definitiv die Augen zu halten. Ähm, das, da hab ich, das, das ging gar nicht. Aber Star Wars ging, ging immer. Auch, auch Star Trek oder so. Ich hab die alle relativ früh gesehen. Ich hatte einen Kumpel, der hatte, ich weiß nicht, wo der die her hatte, keine Ahnung, die hatten nur hunderte von Videokassetten. Also, ungelogen, ja. Hunderte von, 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 äh, russischen Sicherheitskopien. Und, ähm, keine Ahnung, wo die herkamen, ob da irgendeine Videothek in der, das war also Anfang der 80er schon. Und, äh, und der hatte halt alles. Superman, Star Wars, Star Trek, was es halt alles gab. Äh, und, und, und da haben wir das ganze Kram tonnenweise reingezogen von vorne bis hinten. V, die außerirdischen Besucher. Ah, knalllos. Aber komm, sonst wird's doch hier ein Retro-Podcast. Sorry. Ich neige übrigens dazu, in fremden Podcasts diese zu übernehmen und meinen eigenen draus zu machen. Und du bist drauf reingefahren. Ja, naiverweise. Das hab ich nicht kommen sehen. Ja, genau. Wenn wir noch eine Stunde weitermachen, reden wir über, keine Ahnung, über was komplett anderes. Über Blade Runner. Genau, über Blade Runner, ja. Hast mich ja fast schon soweit gehabt. Fast schon soweit gehabt, ja. Aber komm, dann sag mir wenigstens auch noch ganz kurz, Wie fandst du ihn? Kurz in zwei Sätzen? Kannst du sagen, fandst du gut? Ich fand ihn super. Also ich, ich hab ihn jetzt einmal gesehen, äh, würden mir, glaub ich, gerne nochmal anschauen. Ähm, aber ich, also ich fand, das war eine, ein, eine Fortsetzung, die den Geist des Originalfilmes würdig weitergetragen hat. Ähm, die mutig war, also heutzutage einen Film zu machen, der zwei Stunden 45 Minuten ist. Der sowas von langsam und elegisch ist. Ähm, und finde ich, äh, den Gedanken, Themen und so weiter aus dem Original weiterführt, ohne den Originalfilm irgendwie kaputt zu machen oder so. Also ich, ich bin sehr angetan und finde, der Film hat alles richtig gemacht. Ja, also ich fand auch, er hat, er hat alle Stärken konsequent weiter ausgebaut, alle Schwächen auch, ja, ähm, finde ich. Und ich glaube, wer den ersten, mit dem ersten nichts anfangen kann, wird mit diesem auch nichts anfangen. Das, das ist sicher wahr, ja. Er wird niemand zum Blade Runner Fan machen. Also wer den ersten nicht mochte, wird den zweiten auch nicht mögen. Und, ähm, deswegen habe ich ein bisschen die Sorge, dass das, wo wir dann wieder bei dem sind, wo ich vorhin sagte, Disney spielt die Nummer auf, äh, auf, auf der sicheren Seite. Ja. Ähm, ich glaube, dass viele in Blade Runner gehen, nicht wissen, was sie da eigentlich gucken, ja, und, äh, enttäuscht rausgehen. Und ich habe die Befürchtung, dass sich das in entsprechenden schlechten Verkäufen, also schlechten Eintrittskartenverkäufen oder halt Einnahmen widerspiegelt. Und ich habe die Befürchtung, dass der, sollte es einen Dritten geben, dass der nicht mehr so mutig sein wird, sondern eher dann bumm, bumm und schießt. Nein. Also ich, ich glaube, sie werden es dabei belassen bei diesen. Wäre auch nicht schlimm. Und fände ich auch sehr begrüßenswert. Ja. Dann kann man doch sagen, dass, äh, wer dazu mehr hören will und wer dazu Chris noch mehr sprechen hören will, dem sei jetzt nochmal Nerdizismus ans Herz gelegt. Ähm, überhaupt viele andere Themen von und mit Chris hört in Nerdizismus rein. Ähm, und, ja, zu dieser Folge, zu unseren Meinungen, zu unseren Mutmaßungen zu Last Jedi, äh, schreibt mir, schreibt uns auf den bekannten Kanälen. Ihr könnt auf Facebook, auf Twitter, auf der Webseite, also es gibt viele Möglichkeiten, eure Gedanken und Meinungen loszuwerden. tut das, ich freue mich und ich freue mich und ich werde auch mein Bestes tun, um euch zu antworten. Ja, äh, kurz in eigener Sache noch, ähm, nachdem diese Folge jetzt etwas vorgezogen wurde, ähm, wird es jetzt ein bisschen dauern. Folge 23 wird, wie vorhin angekündigt, erst Ende November rauskommen. Ähm, ich hoffe, ihr könnt die Zeit bis dahin sinnvoller bringen. Äh, ja, Chris, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Ich hab zu danken. Wir sollten auf jeden Fall nach Last Jedi nochmal reden, um nochmal zu gegenchecken, äh, was jetzt aus unseren Mutmaßungen so geworden ist. Genau, was aus unseren Mutmaßungen geworden ist. Ja, ich bin, ich bin auch sehr gespannt. 14. Dezember ist es ja soweit. Schon Karte gekauft? Äh, nee, hab ich bisher leider verpasst, weil ich war mir jetzt immer noch nicht sicher, bin ich in Deutschland, bin ich in Schweden, ähm, wahrscheinlich werde ich in Schweden sein. Also ich werde jetzt, werde jetzt gleich mal online gehen und schauen, ob es da auch schon Karten gibt. Dann wieder folgen, ich hab meine schon gekauft. War auch, war auch schon voll. Echt? Okay, ja. Ja, war schon voll. Ich hoffe, dass ich noch nicht zu spät dran bin. Ja, dann danke nochmal und hoffentlich sind wir beide begeistert im Dezember. Schauen wir mal. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020